Jeden Tag ein neues Abenteuer, Capri-Sonne Ich mache einfach Werbung für Capri-Sonne und kriege da keinen Cent für, Alter Jeden Tag ein neues Abenteuer, Capri-Sonne Körtes Kusch, vielen lieben Dank für nochmal, für 6 Dollar dieses Mal, Dankeschön Und nee, Dankeschön ebenfalls für 6 Dollar und 5 Cent Küss mich Kekuschkerde Hallo Jeden Tag ein neues Abenteuer, Capri-Sonne Hier könnte ihre Werbung stehen, aber Jeden Tag ein neues Abenteuer, Capri-Sonne Äh, jetzt klag, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 10. Monat Und Küdies, Dankeschön, nochmal für 1 Euro F, das Finanzamt Das ist nur ein Spiel Warum, wenn du nicht mehr bist? Das bricht jetzt nicht Brachia, vielen lieben Dank für den Re-Sub im dritten Monat Komm mit, du blöder Vogel, du Komm mit, ich muss dich mitnehmen Schau, du blöder Fuck, ja Holli, du blöder señ!! Hau zu beissen, du conveniently Komm mit, ab in die Hosentasche mit dir Scheiß, arsch du So sind meine Freunde. Hatschisch! Hatschisch! Oh mein Gott. Nein! Ja, Hatschisch. Weiß nicht, was das ist. Und ja. Ein Monat noch, dann bist du bei deinen sechs Kilo. Ne, elf Kilo. Mein Freund Hatschisch. Hatschisch! Äh, Kutis. Dankeschön. So viele Dollar. Das freut mich. Pensel! Pensel, komm raus! Pensel, ich bin nicht so gut alleine. Komm, Schnell, ich brauch Hilfe. Los! Pensel! Ah, sie, Peter. It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Haben wir's gedacht, Öhli? Hallo? Was? Trinkst du Milch-Check oder was war das für'n Grosch? Was hast du grad gesagt? Ich, hallo, Rase-Peter. Was? Was? Was hast du grad da vorgesagt? Ähm, it's early in the morning. Sag mal, kicktet oder wat? Ja, bei dir ist scheinbar kicktet. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Boy. Bis heute, ja, bis heute red ich early dran, alle. Grüße aus Nordhessen. Grüße aus wat? Hör mal, Rase-Peter, ich hab zwei Taschen, die will ich verkaufen. Was gibst du mir dafür? Äh, weiß ich nicht, was willst du haben? Sag mir einen Preis. Ja, sag mir einen Preis, an dem du auch noch was verdienst, wenn du die weiterverkaufst. Ich würd die eigentlich eher behalten. Ich hab eine von Supreme und Louis Vuitton. Ui. Supreme ist geil, Louis Vuitton ist auch geil. Ja, das sind die zwei Besten. Wenn ich dir 400.000 gebe, bist du voll damit? Für beide? Insgesamt, ja. 54. Komm, das ist von dem Preis. 400, okay, 425 ist okay. Weil du bist Chef. Geil. Aber du darfst nichts Twinkie sagen. Okay. Die darf das nicht wissen. Wenn du gleich zum Taxi kommst, dann, äh, dann, dann, dann kann ich dir auch Gehalt auszahlen. Wenn du überhaupt was kriegst, warte mal. Ich hab nicht gearbeitet letzte Woche. Dann zahl ich dir Twinkies Gehalt aus. Die hat, glaub, nee, die hat nicht. Doch, wir wollen wohl einmal arbeiten. Ja, 5.000 Dollar gibt es. Nee, besser nicht, gibt der das selber. Aber die hat heute Durchfall. Ja, durch Durchfall? Soll ich dir das nicht geben? Nee, nee, das brauchst du mir nicht geben. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Ja, dann bis gleich, du. Okay, bis gleich. Yo. Tschüss. Scheiß, Taschenpensel. Mir doch egal. Ich muss mit so einem Scheißkarriere fahren. Oh. Nichts passiert. Oh, mein Gott. Das war der Mörder. Wir haben aber nicht verkauft, die Taschen lieber. Dann können die Leute die im EP benutzen. Anstatt, wenn die die ganze Zeit da rumliegen, auf Pienerwelle. Ich sagte erst mal immer, hallo Öli, IC. Das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, Böli. Öli, aber. Das ist hier einfach eine Unterstellung. Ist das hier aber? Aber. Ich habe Klipp. Lüge. Der ist gefälscht. Ich gehe jetzt mein Auto abholen. Das ist ein Lügenclip. Lügenclip. Alles Fake News. Ich presse dich damit. Mach doch. Mach doch. Mach doch. Versuch es. Oh, ich darf hier bestimmt nicht parken. Was hat der eigentlich in seinem Koffer rum? Oh, Gnade dir Gott. Da ist jetzt keiner da. Bacino, danke für den Primal-Sibbelin. Genau, ich habe Öli gesagt. Das Griechisch für Hans. Oh, schöne Sonne. Hat gut gemacht. Guckt euch mein Auto an, Alter. Chat, geht es euch heute gut, ja, ne? Gibt es doch einen Lachs? Oh, ne, nur ist der Fertfaktor. Ne, nur ist der Fertfaktor sind Lachs. Schon lang kein Schaff, da vor zwölf mir gesehen. Äh, wo warst du denn? Äh, wo warst du denn? Hi. Ich wollte mein Auto holen. Äh, wo warst du denn? Und ich habe das, den Leifahrzeug schon geparkt, gestern schon. Ja, aber du hast noch einen Schlüssel, oder? Ich habe noch den Schlüssel. Doch, den würde ich gerne wiederhaben. Ja. Äh, du hattest nicht weiße Mütze? Doch. Mh, ja. Ach so. Dann hole ich dir deinen Schlüssel. Ich finde die Mütze furchtbar, zeige ich dir immer wieder. Die Mütze ist voll sexy. Also die sieht wirklich so aus, als ob du aus dem Film Siebenzweige alleine weißt. Nein, ich diskutiere gar nicht mit euch. Die Mütze ist sexy. Das sieht aus wie so ein heftiger Speckdeckel. Haha. Ist so. Was willst du denn jetzt, Specki? Hä, das sagt man nicht. Ja, okay, es tut mir leid. Beleidig mich nicht, sonst muss ich mich heute schon wieder auf Unrechtsbrüchen. Haha, okay, ist super leid. Aber warum lachst du mich denn jetzt aus wegen meiner Speckmütze? Ich finde die Mütze cool. Danke. Okay, das finde ich sehr nett. Bezahlt ist schon, ne? Mag deine Mütze auch. Müsste ja, oder? Ja, ist bezahlt. Twinkie hat gestern bezahlt. Bis dann. Ich liebe ihn. Ja, ist noch in der alten Liste. Ich habe seiner Frau letztes Mal auch was zu essen gegeben. Ist er eine Frau? Ja, er hat eine Frau. Die ist zu Hause, der Durchfall. Oh, ja, da kann ich noch haben. Vielleicht Laktoseintoleranz. Nee. Oha, was hat sie denn? Weiß ich nicht, die frisst du in eine Mülltonne. Ja, wo immer Bauchschmerzen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht mal ein paar Kohletabletten. Voll die dickig. Ich heiße die. Lauf. Kein Bock hier rum zu stehen. Mein liebes Auto. So süß. Ich könnte, ne? Der ist so klein für den Auspuff. Der ist so klein für den Auspuff. Ja, das ist so klein. Ahaha. Ja, das ist so klein. Ja. 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 Boah, ich mag es. Wird schön. Echt ein gutes Blow. Die Folien für den Rippler sehen hässlich aus. Ja, was geht ab? Wo bist du denn? Ich gehe jetzt die Taschen holen. Achso, okay, ich bin beim Taxi. Wann bist du ungefähr? Ja, fünf Minuten. Hier? Okay, bis gleich. Das ist gleich, hau rein, Alter. Hau rein, Alter. Schreib mich nicht an, Lüge. Große Street Home. Schreib mich nicht an, Lüge. Schreib mich nicht an, Lüge. Hallo. 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 Warum habt ihr hier so lustige Heim auf? Wieso? Du hast doch auch einen lustigen Hut auf uns. Er schützt zumindest. Deiner vor Sonnenstreiten? Nee. Für meinen dicken Kopf nur. Hm. Okay. Oh. Muss man meinen Chef-Nummer anrufen? Schließfach Nummer vergessen? Nee. Ja, Peanut? Ja, ich will so Krux haben, Krux, Schuhe, Krux. Was willst du haben dafür? Im Grün hab ich noch welche. Ja, was willst du für Geld? Weiß nicht. Sag mir was. Peanut, ich hab keine Ahnung. Sag mir den Preis, was du gerne haben würdest dafür. 80.000 Millionen. Nee, so viel hab ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, für was die gehandelt werden. Hast du noch ein Hemd oder sowas oder irgendwas in die Richtung? Nee, das bekomm ich noch. Ich kann das nicht mitnehmen bei der Party. Also, wenn du noch ein Hemd drauflegst, dann würd ich 500 für alles. Aber ich hab kein Hemd. Ja, wenn du das dann bekommst. Du hast gerade gesagt, du bekommst einen da oder nicht? Ja, aber ich weiß nicht, wann ich einen Juri treffe. Vielleicht heute Abend. 190.000 wollen die für Krux im Blausen. Sind die bescheuert? Ja, das ist ein bisschen viel. Krux. Naja, dann nehm ich erstmal die Tasche nur mit. Okay. Du kannst dich ja mal informieren, was die Krux werden. Okay. Und dann mach ich den guten Preis, dass du auch noch Geld verdienst. Okay. Und dann gehen wir zusammen in die Badeweine. Geil. Wieso soll ich... Und du sitzt am Stöpsel. Haha, du Luder! Hure! Wieso? Hahaha. Hahaha. Nee, das hat keinen roten Pearl. Das hat diesen blauen. Sieht ihr das? Ich glaub, das kann man nicht sehen im Stream. Dieses Rote ist die Sonne. Oh mein Gott, Katze. Magira, willst du mich verarschen? Hm. 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 Man hat finanziell mehr Existenzen gerettet als die... ...Bundesregierung. Das glaub ich sogar tatsächlich. Das ist glaub ich auch nen X6. Bin mir nicht sicher. Ah. Und Monster heißt Dankeschön für die Visa für den 37. Ich stresse die Katze nicht. Hallo? Die ärgert mich aber. Und das macht die extra. Boah, ich kann irgendwie nicht mehr mit Tastatur fahren, ne? Das zackt mich ab. Co-die sind nicht doch... ...und Büchsen. Das ist ein Mörder. Äh, pfff. Ja, Nick, vielleicht. Mal gucken. Mal so Hallo sagen, kann man ja. Oh, mir fällt gerade auf. Ich hab... ...sehr viel... ...Wert dabei. Bestimmt kommt der Mörder gleich. Muss schon nichts im Taxi fahren. Und ich hab wieder übelst der FPS Drops hier. Wo fahr ich überhaupt hin? Ja, Controller ist halt echt chilliger zum Fahren. Aber man sagt ja, jemand der mit Controller fällt ist ein Boomer. Oh, ich bin gern einer. Ich bekomm 430.000 jetzt, ne? Fast halbemeliegerung, Alter. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig! Und warum hab ich denn so Low-FPS, Alter? Können die Leute so spielen? Ich bin in 2 Minuten beim Taxi. Ja, siehst du? Du bist ein Lügner. Ne, ich... ...ich muss dir grad zum Vorwort stellen und ein Auto abholen. Okay. Bis gleich. Okay, ich fahr grad am Taxi vorbei. Ich bin jetzt da. Okay, Schutzkoski. Knistern, das kann... Wenn man das hört, dann kommt's vom Voice-Changer. Die wird's eh herausfinden. Irgendwie, irgendwo. Boah, der Wagen ist jetzt so gut. Vielleicht noch eine, nicht tiefer legen, sondern wieder höher legen. Eine Stufe. Hä? Was los? Ah, du bist... Wie siehst du denn aus? Sag schon, du bist ein Verbrecher. Wie soll dich ein Verbrecher sein? Weil du aussiehst wie einer mit ner Midlife-Crisis. Ach, leg mich doch. Hahaha. Das will ich seit Wochen. Also Peter, ich hab gestern nen Mord gemacht. Wen? Weiß ich nicht, wer das macht. Achso, hast du draufgesetzt, oder wird? Ne, ich hab geschossen. Achso, auf ihn. Ich hab die Augen zugemacht und einfach geschossen. Ui. Da war so ein Typ, der hat uns bedroht. Dem Willi Pinsel, Twinkie und mich. Ja, das sind die nähe. Und dann hab ich die Augen zugemacht und geschossen. Ja, wieso hat er euch bedroht? Wir haben ihn sehen. Wir hatten vorher so einen fast Unfall mit einem LKW. Ja. Und der LKW-Fahrer hat nicht mit uns geredet. Und der Typ kam dann einfach da angerannt. Und meinte, wir müssen den LKW bezahlen, ob wir Vorfahrt hatten und so. Dann haben wir Willi abgeholt, dann sind wir in die Stadt gefahren, so 10 Minuten so, später. Und dann kam der auf einmal aus der Ecke geprescht, hat uns angehalten mit einer Straße und meinte so, wenn ihr nochmal so frech seid, dann knollt's. Dann bin ich ausgestiegen aus dem Fahrzeug. Und meine Knochen gezogen, hab die Augen zugemacht und geschossen. Alter. War der von irgendwas, weißt du das? Angeblich von den OCs, von Nadine. OCs, Neil. Aber dann war gestern der Henry da und so, aber der ist nicht von denen. Strange. Ist mir gar nicht so ein Kumm. Jo, ist so ein Kumm. Komm zu mir nach Hause. Ich hab keine Angst. Ich soll tags im Mafia. Gingy. So, was haben wir gesagt? 3 oder 25.000, ne? Nee, 400. Achso. 300.000? Nee, du bist ein Betrüger bist du, ne? Ich wollte nur wissen, ob ihr das gemerkt habt. Aber jetzt hab ich schon wieder kaum noch Geld auf dem Konto. Warum bist du auch so arm? Ja, jetzt hab ich nur noch 3 Mille. Oh. Dann kannst du ja die Crocs auch kaufen. Ich brauch ja... Ich weiß nicht, das war einfach ne Kurzschlussreaktion. Du bist ein bisschen langsam, Pina. Na, kannst du noch? Nee. Scheiße. Hi, war nur ein Prank. In so ein Prank? Ja. Willst du nicht in 50 Kilogramm schicken, wenn ich baden? Oh, mein Herz tut weh. Ja, guck mal. So, was war denn? War ein bisschen ins Auto gestiegen. Weiß ich nicht. Da müssen wir noch mal dran üben. Das war ne Kurzschlussreaktion. Ja. Und da. Geil. So, ich geh wieder schlafen. Das war's für heute. Vielleicht? Ja. Wo ist... Ah, ne, schon gut. Ich... Ich hab grad echt panik. Herr, warum? Ich hab irgendwie... Ich... Ja, keine Ahnung. Die Tasche, die hast du so... Ja, hast ja nur ne Originalverpackung gehabt. So zusammengeknüttelt. Und ich hab die grad nicht gesehen. Ich dachte, die wär weg. Ja, ich hab die noch nicht angezogen, weil die passten nicht, glaub ich. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das nimmt du'n Scheiß, Wohlfurt. Arschloch. Wem gehört er denn? Megal. Ich bin jetzt Abo Peanut. Ich bin böse. Abo Peanut? Ja. Alter. Alter, ab einem Monat bin ich im Mofosi. Warte, ich muss ja noch so laufen, wie es zu mir gehört. Warum bist denn du so angezogen? Ja, weiß ich nicht. Die Tasche passt so. Und ich mag da dann... Ja gut, inzwischen weiß jeder, dass ich so rumlaufe. Oh, ich mochte, dass ich in Cognito unterwegs soll. Ja, da hab ich mir dann abgeguckt. Achso, nicht? Nö. Nö, okay. Was sag ich denn stattdessen? Was geht ab, du Kawa? Tag, Tag. Tag, Tag. Das sagen die bei der Polizei immer. Bei der Polizei? Ja. Grüße. Grüß. Tagsam. Tagsam. Und was machst du so? Nee, ich? Jetzt? Ja. Die Taschen wegbringen und dann müssen wir Fotos machen vom Taxiunternehmen für die Ulife-App. Wo macht ihr die Fotos? Ja, ich denk mal, also vom Taxi machen wir hier und stellen wir die Taxen hier irgendwie noch hin auf dem Hof. Und für die Limus müssen wir auch noch ein extra Foto machen. Da wollen wir die Vorarbeit tunen und noch mal ein bisschen schöner machen die Limus. Wenn du willst, Chef, zeig ich ein bisschen Haut. Ui. Ja, ich rufe alle, die dann, also sobald wir die Taxi-Foto, sobald das losgeht, um unser Schloss von dem Ding da wechseln und dann rufe ich einmal alle zusammen in den Dienst hin und dann sollen sie herkommen, dass wir so ein schönes Mitarbeiter vorgemacht haben. Okay, ich bin dabei. Geil. Ja, jetzt sind nur noch wir beide da. Willst du mich mitholt oder ohne Hut? So? Oder mitholt? Das musst du wissen, was deine Schokoladenseite ist. Ich überleg mir mal. Ich brauch Tiger-Ball-Same. Ja, wey. Bis gleich, Pinan. Ja, hau rein, alter. Äh, alles heute. Ruf jemand an, der hat die, der weiß auch nicht. Nicht das zu viel. Boah, ich hab voll viel Geld, ne? Beluro, dankeschön für Luisa im 37. Monat. Und Tobi Passe, dankeschön für fünf Gifte-Zaps. Dankeschön. Und zb-b-b-butt, dankeschön für Luisa im Essen. Boah, was mag ich mit dem Geld? Casino? Hihihihi. Ich geh mit, der ist so ein Mampfen-Kofen. Chef! Wo ist der hin? Wo kann man... Ich will Fischki haben. Hallo, Goldberg. Hallo, Goldberg. Ich bin, 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 ich bin mh, Twinkie hat Durchfall heute hallo Tenkirk hallo weben Monkey, cool ist die Maut ich weiß bis heute nicht wo man Feschke herbekommen im RP das wird richtig lustig heute glaube ich ähm Biggie weiß das bestimmt Hi Peanut Herr Biggie wie geht's denn stets ja alles gut, grad aus dem Bude gekommen, und bei dir? auch, ich bin auf der Suche nach Feschke, weißt du... jetzt bleiben, Polizei hallo, warte mal stehen hier ist einer im Rollstuhl, der fährt vor der Polizei einfach weg in dem Rollstuhl vor der Polizei weg lauf Bruder, lauf, los, lauf der ist im Rollstuhl was ist da bei dir los? ja, das ist wie der Stadtpark hier ja, man kennt's jetzt wird aus dem Rollstuhl gehauen einfach bei Biggie weißt du, wo man Feschke kaufen kann? ja, beim Cube ist deiner wo ist denn das? äh, mach mal denn den Klappkarte auf ja, mein Stadtplan hab ich da wo Parkhaus 22 ist, ne? ja da links weiter, da ist doch so ein graues äh, lange ach, da wo die Parki war? ja, genau, da, äh, bei Postlecode 5172 wir sind Freunde von ihm und, haben die immer auf? äh, musst du mal durchrufen bei der Leitstelle, bitte ich fahr mal da hin ja, fahr einfach bist du heute Abend auch bei dem Boxkampf? ich weiß es noch nicht wir wollen gleich Taxi fahren und müssen ein bisschen Geld verdienen wir machen gleich Fotosession mit den Taxis, ne? hat Chef gerade gesagt, ja ja geil, da muss ich wobekommen der braucht uns gleich ja, dann kommen wir vorbei ok, ähm, ich bin, glaub ich gleich wieder beim Taxi weil ich weiß nicht, wie lange das dauert da ja, alles gut wir treffen uns dann gleich im Taxi ok, Biggie, bis gleich und danke jo, bis gleich, kein Problem tschüssi, Koski tschüss jonge wer kleidet Eigentlich ist da ziemlich solche Bugs, solche Sinkfehler-Bugs und so. Das ist eigentlich das Beste am LP. So gut wie. Wer erinnert sich noch an die fliegenden Autos? Hallo, Bubbles. Ich weiß gar nicht, dass hier auch ein Laden ist, da bin ich existiert. Oh mein Gott. Boah, da geht es mal mit Ellenbogen, genau. Oh. Was ist jetzt hier? Boah, geht es in den Sushi-Restaurant. Die haben bestimmt auf. Oh. Oh, schlimm, Fetter. Die Rackdoll-Funktion, Alter. Damit konntest du viel lustiges Zeug machen. Vor allem konntest du auch ausspielen, dass du weg kannst, wie ich jetzt gerade zum Beispiel. Da hätte ich gern so Rackdoll benutzt. Ich weiß gar nicht, warum die deaktiviert ist. Ich glaube, weil die wieder nicht gesinkt wurde. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, warum die deaktiviert ist. Liegt Dankeschön für Louisa vom zweiten Monat. Ich weiß auch nicht, warum ich eigentlich... Ah, jetzt. Danke. Was ist hier schon wieder los? Was ist hier schon wieder los? Also, ich weiß gar nicht, warum ich... ...hier schon wieder los? Nein. Was ist hier schon wieder los? Was ist hier schon wieder los? Was ist hier schon wieder los? Jetzt stehe ich hier einsam und allein. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Das ist schon auf, ja. Ich hab Hunger. Ja, was darf ich Ihnen denn bringen? Panda, Tee und Muchi. Wie viel? Sechs Panda, Tee und sechs Muchi, bitte. Ja, kriegen wir hin. Danke. Hat der Bruder ein Heft? Kollege, hast du schon von unserem tollen Sammelheft gehört? Was für ein Sammelheft? Wir haben ein Panini-Sammelheft. Und was da drinne? Deine Lieblings-Pink-Drizzlehelden. Drizzlehelden? Pink-Drizzlehelden, ja. Was können die so? Alles, was du möchtest. Naja. Du kannst halt elf Sticker von uns sammeln. Und wenn du ein volles Heft hast, kriegst du einen Preis. Kann man auch Schokolade dazu? Klar. Weil eigentlich waren die immer in Hanuta drinne. Ja, genau. Ja, wo ist mein Hanuta? Ja, Jungs, so funktioniert das nicht. Ihr könnt nicht einfach Sticker drauf. Ihr müsst schon Süßigkeiten dazulegen. Wir können mal ein Spezial-Ding für dich machen. Mach doch Panini-Sticker mit Baklava. Mit Baklava? Ja. Boah, das ist keine schlechte Idee. Ja, siehst du. Ihr müsst schon was dazu beigeben. Aber hast du schon mal zu irgendeinem Baklava einen Sticker bekommen? Ja. Irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Ein Kubilai krieg ich immer Stempel auf meine Dönerkarte. Ist ja fast wie ein Sticker. Quasi. Also nur noch nicht so coole Gesichter drauf. Oder ihr tut das in Kaugummi rein. Eine packt ein Kaugummi mit einem Sticker. Wir können ja für dich einrichten. Pro Sticker gibt's auch was zu essen. Nein, ihr müsst das für alle machen. Ich glaube, ihr habt noch nicht viele Sticker verkauft. Doch. Das kann man jetzt so überhaupt nicht behaupten. Wie viele denn? Genug. Also das, was ich mitkrieg. Gefühlt redet jeder nur noch von einem Sammelheft. Egal wo sie hingehen, hören sie immer. Sind die Pink Drizzles schon da? Wir wollen Sammelhefte. Nee, das kann man nicht essen. Ich will Süßigkeit dazu haben. Können sie sich ja dazu kaufen. Hä, was ist denn das für ein Geschäftsmodell? Ich kaufe mir da auch kein Fahrrad und hole mir die Reifen extra. Na ja, du kannst ja von mir zehn Muffins oder so kaufen und kriegst Sticker dazu. Ja. Ja, aber du hast bestimmt kein gutes Gesundheitszeugnis. Du darfst nicht einfach so Essen verkaufen wie Muffins. Ich kann dir ja zehn Muffins ausgeben. Wo denn? Hier gibt es bestimmt welche. Oder habt ihr irgendwas Süßes? Die Mochis haben sie doch, oder? Nein, du. Nein, du. Techie-Chan. Habt ihr was Süßes? Natürlich. Ach, wenn. Wir haben Mochi. Wir haben Castella. Das ist Biskuitkuchen. Habt ihr einen Dickensack? Wir haben Sesam-Matcha-Eis. Wir haben Blaubeer-Matcha-Eis. Das ist ein Sesam-Matcha-Eis. Na, Sesam kennen sie doch, oder? Oh, oh. Die Sesam-Straße. Ja, genau, richtig. Nur mit Matze. Auf jeden Fall würde ich schon nicht Kokain kaufen. Wie viel habt ihr da? Alles. Alles. Okay. Jetzt ist krass, kann ich dir aber erst morgen... So, erst mal der Herr, ich krieg 600 Dollar, bitte. Ich hab schon gezahlt. Nein, haben sie nicht. Nicht? Nein. Bar oder mit Karte? Ich zahl bar. Dann bekomm ich einmal 600 Dollar, bitte. Ja, bitteschön. Guckst du so. Recht herzlichen Dank. Aus meinem Essen. Einmal der Panda-Tee. Danke. Voll unangenehme Stimmung auf einmal hier. Und einmal das Jui dazu. Danke. Nein, ich wollte keinen Jui, ich wollte Muchis. Jui hast du gesagt. Nein, ich hab Muchis gesagt. Moris? Ja. Moris, Moris, Moris haben wir nicht. Das ist ein Jui, Jui. Ist das Gleiche. Ich probier das jetzt. Das nicht, das schmeckt wohl nur schon. Ja, du solltest ja auch vorher die Hände waschen, bevor du Essen anpackst. Das hast du nicht gesagt. Was lachst denn du so? Was, was, will das jetzt hier? Was ist denn, hallo? Was soll denn das? Das ist jetzt schon diskriminiert. Das war gemein. Ich erzähl überall rum, dass dein Pearl Harbor Menü scheiße ist. Ohohoho. Ich wollte Muchis haben. Der hat mich verarscht. Das fickt jetzt wieder, dass er mich ausgelacht hat. Das war's mir wert. Alle verarschen mich. Hier ist doch bestimmt ein Party. Fuck, ich wollte zum Taxi. Oh nein. Scheibe ist kaputt. Meine Scheibe ist kaputt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fühl die Solo-Abenteuer ein bisschen. Guten Abend. Hallo? Funktioniert das hier? Hallo? Hallo? Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Funktioniert das? Ja. Hallo? Hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Danke, danke. Danke. Sehr gut. Super Publikum. Super Publikum. Danke. Dankeschön. Du kriegst gleich deinen Preis. Moment. Ja. Wie nennt man eine Kuh bei einem Erdbeben? Milchschwein. Super Publikum. Super Publikum. Danke. Was ist mein Preis? Oh, Dankeschön. Danke. Bitteschön. So, ich hau damit ab. Alles klar. Super Abend. Dankeschön. Ja, auf gleich Fall. Oder was die sich denken müssen, Alter. Was die sich denken müssen. Bitteschön. Fick dich, voilà. Stimmt, ich wollte zum Taxi. Bitteschön. Inembrechen. Bitteschön. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Das geht nicht ab. selten bei der juli doch hallo wie geht's dir alles gut bei dir? ich wurde gerade über den Tisch gezogen wie über den Tisch gezogen? beim Sushi-Laden, die haben mir kein Mochi gegeben, so ne Jumi oder so was auch immer das ist, das klingt ecklich kann man das essen oder trinken? essen ja sicher, dass da nicht irgendwie Hunde oder Katzen drin sind? ich hoffe nicht ja, musst du mal, ich weiß nicht, fragen, was da drin ist? nee, dann kamen die Polizei und die haben mich geärgert die haben dich geärgert? ja, die ärgern mich alle, wenn Tiki nicht dabei ist, hat keiner mehr Respekt vor mir auch nicht nach gestern? nee, anscheinend muss ich öfters von rechts pushen oder von links dann haben die ein bisschen Respekt ja, einfach einen Nackengeber, ne? bist du heute auch beim Boxkampf? ja, so war deine Masterplan aber das ist erst im Effortzone noch so lange ja, bis dahin kann man noch andere Dinge erledigen ich hab die Taschen verkauft ja, wieviel hast du bekommen? ich hab nicht Twinkie ich hab dir meinen Chef verkauft, weil ich weiß nicht, warum denn du kannst später ja, ich hab ähm 2.000, 2.000 Dollar pro Tasche genommen ja, ist doch okay ist auch okay ja, find ich auch, 200.000 warte, ich komm sofort für ein Stück Stoff ist das okay naja, ist aus Leder, ne? so ist Kalbsfleisch ja Kalb okay die eine war aus Kalbsfleischleder die andere aus Napperskinderleder ich kann mal gucken vielleicht find ich nur eine aus aus Krokodilleder oder aus aus Froschleder nee aber wir haben ja noch keine Hemden aber du bist bestimmt im Inland wieder ich bin aktuell hier, ja und was machen sie? ich suche grad jemanden der seit gestern verschwunden ist nee, ich kann auch suchen die äh die äh Cube deiner besitzt irgendwie die Sherry die seit gestern verschwunden da war ich grad, da war keiner ich wollt ich wollt Dings kaufen ein Feschki ja die seit gestern halt seit gestern halt Spur ist verschwunden mh, vielleicht die tot ach ich wollt Feschki kaufen ich brauch ne riesengroße Lieferung Feschki ja, ist ja kein Problem sobald ich irgendwen von von deiner erwische sage ich Bescheid soll sich melden ok, danke kein Problem bis später bis später bis später du legst auf danke da geh ich nie wieder essen im Sushi Restaurant ich hab mich über den Tisch gezogen warum ich wollt Mochi haben und die geben mir Jumi oder sowas juli 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 Modell. Wir schreiten so eine Werbung. Dass wir die verkaufen für 20.000. Dann kaufen wir alle auf und dann verkaufen wir die wieder. Bei dem Einjährigen bei Kodi gab es doch diese Leuchttarmbänder oder eine Tasche, wenn du Glück hast. Die habe ich auch verkauft in Hase, Peter, für 20.000 Dollar. Ich habe meine Tasche, ich habe meinen Armreif gegen die Tasche eingetauscht, habe gemerkt, die Tasche passt mir nicht so gut. Die steht mir nicht. Und dann habe ich die dir irgendwie geschenkt für den Jukula, weil die uns den Jukula geschenkt hat. Der hat die Nüschen. Oh mein Gott. Die sind alle verrückt. Wir brauchen einen Viersitzer für unseren Lil Poppa, für unseren kleinen Mops. Welchen Mops? Wir haben einen Mops adoptiert, der Lil Poppa. Der Big Poppa? Ich bin der Big Poppa und der ist der Lil Poppa. Aber ich will auch einen coolen Namen haben. Der hat genauso einen Specknacken wie Biggie, der Hund. Du bist schon voll der Fettback, Biggie, ne? Ja, danke, du auch. Nimm noch ein bisschen ab. Nein. Ich habe einen Sixpack, was siehst du denn? Jedes Kram ist sexy. Ich habe dich schon gesehen, auch ohne T-Shirt. Ja, aber das... Aber verrat keinem. Ich sage dir jetzt keinem zu, okay? Du hast einen Bauch und am Piercing. Nein. Aber das Sixpack habe ich mit der Airbrush-Pistole aufgenommen. Aber es kitzelt immer so gut. Hast du dir auch das Polo bleatschen lassen? Nee. Da habe ich Angst gemacht. Das hat Twinkie gemacht. Oh, wow. Im Ausland. Ui, ui, ui. Die hat gesagt, vorher mit Durchfall hat Meerweh getan. Oh, wow. Nee, das würde ich nicht machen. Weißt auch nicht, warum die das gemacht hat. Vielleicht hatte sie was vor mit dir. Vielleicht, weil es ein Modetrend ist und die Leute meinen, du müssen das machen. Keine Ahnung. Also... Das ist alles diese Sexindustrie, bestimmt. Meine Frau ist nicht begeistert von meinen Geschäften. Diese knallharten Pornos sind schuld dran. Ja, auf jeden Fall. Peanut, wärst du dabei? Ich will eine Single-Börse aufmachen. Single-Börse? Ja, die nenne ich Anal. Alles nur aus Liebe. Wir finden auch das Richtige für sie. Oh, nein. Nein, das kannst du nicht machen. Warum nicht? Das ist krank. Oh, Mann. Nein. Das ist so schon schlimm genug. Du machst nur Schlimmer dadurch. Ja, und am Schluss kommt der Siegfried und da musst du für den ein Alter finden. Da hab ich keine Lust drauf. Die laufen echt hoffnungslose Fälle rum wie mein bestes Freund Pinsel. Oh, je, je. Für den haben wir eine Analyse geschaltet bei YouLeaf oder Weasel News. Er hat uns erzählt. Bei Weasel News. Und da hat sich bis heute keiner drauf gemeldet. Ah, der Arme. Er findet schon noch eine Frau. Wie sagt man beim Arbeitsamt immer schwer vermittelbar. Auf jeden Fall. Kenn ich. Kenn ich. Ja, das glaube ich kann doch nicht. Kenn ich, sagt sie. Vigi, Alter. Kenn ich. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich weiß jetzt nicht, wann der Hase Peter kommt für die Fotos. Der geht doch nicht am Telefon. Da war gerade ein oranger Juckler. Ja. Wie kann sein, dass die mich suchen, weil ich bin jetzt offener Liste. Oha, warum? Ich hab gestern jemanden angeschossen. Oha, was passiert? Wir hatten Ärger mit so Typen wegen fast einem Unfall. Und dann hat er uns von der Straße gedrängt und kam zu uns ins Auto und meinte, wenn ihr nochmal so frech seid, dann knallt es. Ich bin ausgestiegen, hab die Augen zugemacht und geschossen. Hoffentlich auch getroffen. Ja, der lag auf dem Boden. So war es so. Da lag auch ein bisschen im Gehirn. Wir sind einfach abgeholt, aber ich hab mich selber bei Polizei gemeldet. Und bis jetzt bin ich noch nicht im Gefängnis. Gute Polizei-Arbeit. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn der da ankommt und euch beleidigt und bedroht, dann ist das notwendig. Ja, aber Onkel Dieter hat am Telefon gesagt, er muss eine Waffe in der Hand haben. Dann darf man sich erst verteidigen. Dann sagst du das. Also, hausse, als hätte die dir eine Waffe in der Hand. Aussage gegen Aussage. Ja, hab ich ja gesagt. Ne, doch hab ich wohl. Außerdem können Wörter auch verletzen. Tut mindestens nur so dolle wie eine Waffe. Der Mund ist die größte Waffe eines Menschen. Weil du damit auch die Psyche eingeben kannst. Oh, wie Dings, ne? Wie der Typ von Magic is Solid, der zweite Boss der Vincent Raven. Ja, die Löffel verbiegt und so. Du spielst so viele Videospiele-Bienen. Du spielst so viele. Du bist doch bestimmt so ein World of Warcraft-Profi. Oh Gott. Das hab ich nur zwei Monate gespielt. Ja, zwei Monate. Lügen nicht. Doch. Ich bin ungestiegen und freundlich bei diesen 14. Das ist viel cooler. Ist das besser? Ja, ich find das besser. Ich darf keinen Computer mehr spielen, sagt Twinkie. Warum? Ich hab da bei so einer Seite abonniert. Aus Versehen. Was für eine Seite. Und ich klicke immer auf jeden Banner drauf. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hab da so einen Tick. Da steht da so reife Frauen in deiner Nähe. Eine verfolgt mich sogar davon. Ich bin umgezogen und die wohnt immer nur noch zwei Kilometer von mir entfernt. Die verfolgt mich. Und ich klicke da einmal drauf. Dann wird immer meine Kreditkartennummer. Klicke da nicht drauf. Da musst du aufpassen. Doch, ich klicke. Ich muss da draufklicken. Weil die Bilder, die leuchten immer so. Und dann war da so eine Frau und dann ging auf einmal so ein Video an und die schreibt mich an. Gib mir sofort eine Kreditkartennummer, du Hund. Und dann hab ich das eingegeben, war am Zittern. Und dann 5000 Dollar haben musste ich Rechnung zahlen. Oh nein. Du saugtest niemals in ein Casino und da blinkt auch alles. Da bist du pleite. Ja, deshalb hab ich ja auch Casinoverbot von Twinkie. Aber du kannst ja auch am Handy Casino spielen. Besser nicht, besser nicht. Ich hab das gemacht. Ich hab 15.000 Dollar verloren. Also ich mach das nur, dass ich jeden Tag dann mein Kärtchen kriege und mein Glück habe, dass da hat Geld drin. Ich hab 70.000 Dollar verloren. Nein, nicht machen. Keine Kärtchen verloren. Ja, ja, der Biggie hat 15.000 verloren. Doch, Kärtchen aufmachen und das Geld verzau... Meine Frau wird schon zweimal vor mir drin. Und seitdem die weiß, dass ich Casino-süchtig bin, schlägt die mich auch. Oh nein. Jeden Abend immer. Ich kenn eine Familie... Äh, Eheberaterin einfach. Wen denn? Oh nein, komm jetzt nicht an mit... Nein. Ach man. Der ist ein Schlecht-Süchtiger-Berater. Der ist wahrscheinlich... Der ist ein Kacke. Nee. Bin so voll, dass ich heute mal allein unterwegs bin. Ja, das glaub ich. Und ist der Ronny auch nicht da? Mh... Den hab ich gestern verloren. Der ist im Gebüsch gerannt einfach. Oh, okay. Wohl. Vielleicht muss der ganz dringend gacken. Das kann sein. Der hat mir nix gesagt. Ja, aber der tut da gar kein Stuhlpapier. Da muss er ja die Blätter nehmen. Da muss man aufpassen. Ich glaub, der wird Leute beobachten. Der hat ja auch so einen komischen Fetisch, eine Pinsel. Uiuiui. Der beobachtet immer Leute und riecht an deren Autositz und sowas. Oha. Okay. Das ist ein bisschen cool. Ja, sowas bekommt er nie mit. So, wir müssen mal mit dem unterwegs sein. Der guckt in dieses Auto rein und riecht an Sachen und so. Dann steht er in einem Gebüsch und beobachtet Leute am Park. Ja, müssen wir das irgendwann einfach mal machen. Einfach mal alle einen Ausflug machen oder so. Ja. Wir wollten mal eine Fahrradtour machen, aber haben wir bis heute noch nicht. Ich will mal auch noch ein Fahrrad kaufen. Erst muss die Hand für meine Frau wieder heile sein, dann kann man nämlich auch Fahrrad fahren. Warum? Du kannst doch so einen Kindersitz kaufen für deine Frau. Oder Stützräder. Geht auch. Aber ich kann auch selber mein Gewicht kaum nach vorne dran. Ja, dann müssen wir erst mal gucken, ob das Fahrrad überhaupt aushält, wenn du dich draufsetzt. Ach klar, wenn nicht, dann nehmen wir das Tune. Ich fahr einfach zu West Coast Performance und lass mich Stützräder anbauen. Spinning, weepflegen. Ja, das wär cool. Und eine Wheelie-Bar, damit ich auch eine Rutschbahn verformen kann. Und sonst sollte ich ein Getränkehalser. Peanut! Ja, Hase-Peter, ich hab alles zusammengetrommelt. Wir wollten hier Foto-Shoot. Hast du Hase-Bitch zu mir gerade gesagt? Hase-Peter. Ach so, Hase-Peter. Ja, ich hab gesagt, ich muss... Was? 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 Ja, wir wollten hier Foto-Shoot hin. Ja, ich muss noch das Schloss vom Dingens wechseln und dann vom Taxi Big Boss, was da steht, damit ich einen Schlüssel dafür hab. Und dann können wir dir da die Autos schön hinstellen. Dann machen wir noch den Food Truck, den stellen wir woanders... Jetzt steigt da mal ein, Mensch, ein bisschen laus! Sagen wir die Autos schon rauszuholen? Die Liste ist nicht aktuell. Ach so. Hm, ja, würde ich sagen, oder? Also ein paar Autos irgendwie so schön hinstellen, wir stellen uns dann in die Mitte dazwischen oder so. Okay. Dann rein die nur die krassen Autos, die da so scheiße aus, ne? Und dann Nisha bleibt hier, ja, tschüss! Und Jenny kommt da auch noch. Das Foto ist kaputt, Jenny. Hast du jemanden auch? Ja, Hase-Peter, bis gleich, hau rein! Bis gleich, Pina! Ich kann nicht für dich tun. Wir sollen ja nicht die Autos fahren. Nee, aber ich kann nicht privat fahren, für den Sonnen. Ich hab ein Taxi draußen. Oh, dann kannst du fahren, für Geld. Wie ihr wollt. Ich muss auf jeden Fall hoch in Cielo. Sucht ihr aus, möchtest du Geld bezahlen oder nicht? Mir ist egal, wenn ihr Geld verdienen wollt, macht das so. Du kannst ja trotzdem bezahlen am Biggie und ich fahr dich trotzdem kostenlos. Hat er gemerkt. Eine Klappe, scheiß Vogel! Also da ist der Zwischendingisch, dann machen wir es so, dass ich die Hälfte bezahle und er fährt mich kostenlos. Das kann man auch nicht machen. Okay. Das sind locker zwei Kilometer bis da oben, oder? Warte, ich guck. Ja, ich kann auch gucken. Wie, dein Navi ist im Auto, du? Am Handy hat man auch im Navi. Hat man überhaupt nicht. Nee, ich guck mal mal. Im Handy. Nicht viel los heute, oder was? Hm, wir machen gleich Fotoshooting. Fotoshooting? Ist du ein Motorradfahrer? Ich, ja. Von da drüben? Nee, ich bin von Ost-Nord um. Aber du hast keinen Lederkutte an? Nee, das ist jetzt Jeanskutte. Oh. Wie viel sind's? Vier Kilometer. Oh, vier, sogar doppelt so viel. Ich weiß nicht, was man da zahlen muss. Was möchten Sie denn zahlen? 200 Dollar hab ich. Das ist zu wenig. Ist mir egal, wir machen halt... Ihr habt doch Kartenlesegeräte, oder nicht? Ja, ja, ging, ging. Ja, ja, ging, ging. Wo ist ging, ging? Hallo, liebe Kollegen und Kolleginnen. Hallo, wir haben uns heute hier versammelt. Alex? Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Was machst du da? Wir haben uns hier versammelt, um uns zu versammeln. Warum? Ja, komm. Oh, hallo, Peanut. Sie stellen die in Rechnung. Ach so, Peanut, 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 Tanisha. Ich kenn die schon. Ach so, okay. Ich fängst ihn schon aus, bis gleich. Mhm. Bis gleich. Dann komm mal mit auf, bis gleich. Hey, soll ich euch die neuesten Kassepäts zählen? Oh mein Gott. Nein, warte, ich muss jetzt nach oben fahren. Warte kurz. Wie glaubst du, die Lisa hat bei Hans-Peter übernachtet? Ja, die Lisa hat bei Hans-Peter übernachtet. Ja, die Lisa hat bei Hans-Peter übernachtet. Ja, die haben nämlich gerade abgeholt. Jetzt so, fuck ist Lisa, Alter. Hau rein, Kids, warum auch immer. Nimm durch den Kappelchen, nimm durch den Kappelchen. Jack, wenn ich sowas übrigens dem RP sage, ne? Dann ist das immer Spaß. Also, kürzig mich nicht dafür. Kapp's doch. Aus, wow, wow, aus. Jo, danke euch. Weiß nice. Was sagst du zu meiner Karre? Ja, hab ich auch. Oh, Angeber. Oh, willst du hin? Lass ein Yellow hoch. Yellow. Oh mein Gott. Alter, alter. Deja vu. Ich bin super duper Autofahrer. Ich hab's gerade gemerkt. Zum, das ist die Bar oben, ne? Ja, genau. Warum fährst du nicht mit deinem Motorrad? Weil das gerade im Tuning in der Werkstatt ist. Alles gut, alles gut, bin durchgültig. Okay, okay. Ich wollte auch mal ein Motorrad fahren. Aber? Weiß nicht. Zu schwer. Ich find die Dings gut. Nightblade. Nightblade? Ja, die steht zu mir. Die steht mir. Die steht zu dir? Ja. Ja, hol dir doch eine. Ja, mal gucken. Krieg ich Ärger von meiner Frau. Warum? Weil die mich schlägt. Die schlägt dich? Ja. Heißt sich die Gewalt? Ja. Er schlagt zurück. Mag ich manchmal, aber die ist stärker als ich. Was? Ja, die wiegt doppelt so viel wie ich. Sie lachen, der Herr. Ja, gut. Mein Beileid. Vielleicht kaufe ich mir so einen Gummiknüppel und klopp die weg. Das reicht bei der... Wenn die doppelt so viel wiegt wie du, reicht das nicht. Ich hab schon mal versucht, ein Elefantenbetäubungsgewehr aus dem Internet zu kaufen, aber ist dann Zoll geblieben. Oder du musst eine Strafe zahlen. Meinst du, es hilft? Weiß ich nicht. Wenn die schläft, kann sein, dass sie dann tiefer schläft ein bisschen. Musst halt so fünf, sechs Pfeile reinhauen. Hier ist das, ne? Ja, genau. Dank dir. Kein Problem. Taxi-Don't-Ton-Caps immer zur Stelle. Wunderbar. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Ciao. Glück gehabt. VDM ist nie erlaubt. Du sollst das Fahrzeug nie als Waffe einsetzen. Wollte ich gar nicht. Die ganze Situation gestern war abgefasst. Macht man nicht. Weder was der gemacht hat, noch was ich gemacht habe. Aber es hat zueinander gepasst. Und deshalb wird okay. Also lieber im Auto drauf gehen. Nö, du kannst ja auch wegfahren, ohne den zu überfahren. Du kannst ja rückwärts fahren. Ich meine, wenn es passiert, passiert es, ne? Wenn du in einer stressigen Situation abhauen willst und du nimmst den aus Versehen mit. Hab ich, ich hab das, hab ich da auch schon mal gemacht, aus Versehen mit Dexus. In der Einschießerei, in der Brücke. Wenn es passiert, passiert es halt. Man sollte aber trotzdem schon drauf achten. Hm, ja, 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 doch, doch. Das, Herr, ich hab mir in der VOD gestern, wie gesagt, ich war ja, ich war ja im Supporter noch. Ich hab ja nur mit dem Jack gequatscht und so, das ist auch Supporter. So auf neutrale Basis. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Typ aus dem LKW, das ist ja der Kumpel gewesen von dem, der war ja auch später im Krankenhaus, dass er nicht mit uns geredet hat, weil die im Discord waren. Weil der Typ kann auf einmal aus dem Nix angerannt. Und der deshalb auch nicht mit uns geredet hat, mach ich nämlich daran fest, dass sich sein Mund bewegt hat, ingame, obwohl der nix gesagt hat. Und der Mund ingame reagiert immer. Ich hab geschlossen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, aber ist mir auch egal. Wo sind die? Ich mag den Baller, den Peanut nicht, aber der Typ hat's gebraucht. Ich hab mich halt tatsächlich bedroht gefühlt. Aber der hat's auch gebraucht. Heißt ja jetzt nicht, dass ich mit Peanut einfach weiter schießt und so. Wo sind die? Hallo? Ja, Pina? Ja, Pina, wo seid denn hin? Wir sind wieder da. Vorne? Ja, wir waren kurz an der Tankstelle. Wo bist du denn? Drinne. Okay, wir sind wieder draußen. Ah, okay. Merk ich schon. Also wer hat jetzt bei wem übernachtet? Die Lisa bei Hans-Peter. Wer ist denn Lisa? Gerade im Auto, sagt die Rothaarige. Und wir haben... Ist das die vom Gringo, die Freundin? Gringo. Äh, nein, keine Ahnung. Der Hase-Peter hat eine Freundin. Ich glaube, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, nette nicht. Wir haben die, die hat gesagt, die braucht ein Taxi. Und dann haben wir gesagt, wo? Und dann sagt die, Hans-Peters Haus. Aber ich glaube, da kleidet er sich auch so, als hätte er eine Midlife-Crisis. Ich glaube, das ist nicht offiziell, Leute. Wir müssen da ein bisschen bewutsam mit umgehen. Nö, der wird aufgezogen und gemobbt. Mobbing am Arbeiten. Nein, nein, nein. Kanisha? Ja? Was sagst du denn dazu? Ich würde das in der ganzen Stadt rum erzählen. Die Frage ist, wer interessiert sich für unseren Chef? Ich glaube, einige Leute. Bitteschön. Ich glaube, der hat... Dankeschön. Ich glaube, der hat sich Merchandise von Justin Bieber gekauft. Ach so, ja, davon haben wir schon... Die handeln jetzt immer mit diesen ganzen... Ja, ne, warum schreist du so? Schrei ich? Ja. Jetzt? Jetzt hast du ein zartes Stimmchen. Okay. Ja, ich will immer, dass mich jeder in der Umgebung hört. Warum? Dann kann jeder was von meiner zarten Stimme. Deine Stimme ist aber gar nicht so zart. Klingt wie sonntags neun Uhr rausgemähen. Nein, das war Spaß. Okay. Das war Spaß. Okay. Du bist schon eine Süße, du. Hast du einen leichten Silberblick, aber trotzdem süß. Ja, also... Du hast jetzt stehen geblieben. Ich in der sechsten. Und ihr? Ich hab keinen Abfluss. Doch, ich hab keinen Abfluss. Sag mal. Sag mal, hat das? Hallo? Ach so, ich darf in den Foto. Hey, wir brauchen das. Ja, hey, ich muss den Schloss wechseln. Ach du, Bisse. Wo ist Lisa? Wo ist Lisa? Geh die doch abschleppen. Du oller Ficker, du. Ich sag doch, das ist lustig. Das hat Spaß gemacht. Ja, glaube ich. Ja, aber vielleicht ist sie auch nur seine Mieterin. Vielleicht war die zufällig an seinem Haus. Vielleicht will sie auch nur ein was Geld von unserem Chef. Und das brauchen wir, sonst kann er uns nicht auszahlen. Ja, das stimmt. Komm, wir töten ihn. Aber wir machen einen. Warum nicht? In Filmen funktioniert sowas auch. Aber die ist doch eigentlich ganz lieb. Und es ist doch schön, wenn unser Chef verliebt ist. Guck mal, jetzt hat sie das einmal geschossen. Vielleicht arbeitet die auch beim Taxi. Die hat erzählt, die hat schon mal beim Taxi gearbeitet. Dann ist das wieder so eine, die nie die Gäste abgibt. Wie der Holländer. Lebt der eigentlich noch? Ich hoffe nicht. Boah, ich hoffe, der ist tot. Ja. Wir sind so schlechte Menschen. Wir kommen in die Hölle. Ach, ich nicht. Ich hab positives Karma. Ich kann mir ein bisschen Böseritis erlauben. Ich hab auch positives Karma. Du hast Böseritis? Ja, Neologismus. Das bedeutet Wort Neuerschöpfung. Böseritis klingt wie eine Geschlechtskrankheit. Das war so ein ganz bösen, fiesen Pickel, der dich beleidigt, wenn du den guckst. Okay, also ich kann ab und zu mal gemein sein. Ich hab voll viel positives Karma. Karma? Ja. Bist du auf Reddit unterwegs zu Hause? Nee. Da kann man Karma sammeln. Nein. Das macht meine Haarschneidemaschine. Du kannst dich aber ganz schlau. Alles kaputt. Na klar, bin immer voll Luft unterwegs im Internet. Ja, hast du ja vorhin erzählt, wo du alles angeklickt hast. Ich klicke alles an. Ich hab schon mal Vertrag abgeschlossen, hatte 16 Waschmaschinen zu Hause. Dann kam der Klimmetsbild, dann hab ich die weggeschmissen. Also was will Hans-Peter jetzt hier machen? Fotos vom Taxi-Gebäude? Der hat Taxi-Fotos von uns machen. Nein, der hat gesagt nicht von uns. Der hat gesagt vom Taxi. Von uns? Ich hab extra mein Dings angezogen. Meine Sonntagsunterwäsche. Ich musste mir ein Front-T-Shirt anziehen. Mhm. Aber ich hab mich überhaupt nicht umgezogen. Ich auch nicht. Ja, dann geht euch doch umziehen. Nein, ich lass doch sein. Ich zieh gleich nur noch die schwarze seriöse Hose an und dann war's das. Was ist denn eine schwarze seriöse Hose? Ja. Wie schnell hast du deine Hose jetzt gewechselt? Oh, Papa. Du bist aber richtig flink, ne? Oh, okay, warte kurz. Ich geh mich kurz umziehen. Jetzt hat sie sie doch schon an. Ja, was werden die jetzt umziehen? Oh, Mann, oh, Mann. Wie zieht's ja schneller um als Twinkie ist. Halt sie vor Lachen, ey. Ja. Chat, ich hab neue Freunde gefunden. Boah, erst mal noch mein Donut essen. Und was ist deine Aufgabe mit dem Universum? Also, man kann doch übertreiben, ne? So, aber das war jetzt ein Mal. Das war jetzt ein Mal, das soll ich... Hä, wir kennen uns doch, Tina, du bist ein professionelles It-Girl. Ach, It-Girl. Ja, und Modepolizei, die will ich auch aufmachen. Oh, cool. Mich stört, dass du so groß bist. Mädchen dürfen nicht größer sein. Das liegt an den Hai hier jetzt, wo sie anhört. Kann ich mir die mal ausborgen? Ja, die kannst du leider nicht anziehen. Warum nicht? Hast du große Füße? Nein, ich hab Schuhgröße 34 nur. Hast du so ganz kleine Füße? Ich hab Babyfüße. Ich hab Kinderschuhe, das ist gut, weil Kinderschuhe sind immer günstiger als die für Erwachsenen. Ich glaube, wir machen die nur für Erwachsenen drauf. So Babysneaker sehen übertrieben süß aus. Ich halte mal 56, aber dann hab ich mir die Fußnägel geschnitten. Bäh. Uiuiui. Was heißt denn hier Bäh? Bäh. Hallo, was soll denn das jetzt hier? Bäh. Bäh. Du Arsch. Ja, wo ist denn hier der Rest von unseren Mitarbeitern? Ja. Die sind am Samstagabend. Was machen die? Die gucken wahrscheinlich Teleshopping oder so. Ja, nur bei 10 und 10 neuesten Gossipostestadt. Ja, die neuesten Gossipostestadt. Du hast was mit Lisa. Tanisha hat heute Praktikum gemacht. Bei 24-7. Und was weißt du noch? Oh mein Gott, ich war verdammt gut in meinem Praktikum, will ich mal anmerken. Wo denn? Im 24-7. Du bist Lisa? Nein, das ist Tanisha. Ich bin Tanisha. Tanisha? Verzielt man eine Dankstelle. Ja. Und was hast du vorher gemacht, Tanisha, bevor du eine Frau wolltest? Ja, da habe ich ganz viel gechillt auf so Kürbissen. Kürbissen? Oder erzähl die Geschichte mit dem Sattel, mit dem Fahrrad. Oh mein Gott. Ohne Sattel. Nee, das ist meiner Schwester passiert. Ich habe noch meine Schließmuskeln voll unter Kontrolle. Ich hatte auch meine ersten Erfahrungen mit einem Fahrrad. Echt? Jetzt hat meine Schwester, die ist auf so einem rostigen Fahrrad gefahren und dann ist irgendwie der Sattel abgegangen. Ja, bei mir genauso. Und der Rest ist dann... Ich bin gefahren, dann ist die Felge zur Seite so. Die Speicher zur Seite geknickt. Da habe ich mal lage ich mit dem Ding auf dem Boden. Dann dachte ich mir, aufstehen ist eh zu schwer. Du machst jetzt mit dem Drahtesel rum. Ach so. Dann habe ich den auseinandergenommen. Das ist doch englisch. Das Fahrrad hat mich aber nicht so gerufen. Auf jeden Fall. Ach, war das so ein One-Night? Ich habe heute nur das Klingegeräusch im Kopf, wenn ich mit Twinkie schlaufe. Ach, wo ist die eigentlich? Ja, ganz schlimmen Durchfall. Aber nicht von dem Bleachen, oder? Die pisst quasi. Die macht kein Arme. Zu viel Information. Das habe ich gerade gesagt. Manchmal sollte ich schon nachdenken. Oh mein Gott, ich muss die mal anrufen. Da ist der Mund schneller bis hier ein Mann. Ja, tut mir leid. Es ist nicht leid. Man, die hat Handy aus, die Arme. Twinkie? Ja, das Handy ist auf den Klo gefallen. Nein. Doch, wirklich. Das passiert ja voll oft. So einmal je Monat. Dann darfst du das nicht in die Po-Tasche stecken? Nein, die macht das extra, wenn ich der ein neues Modell kauf. Ach so. Die will nämlich immer up-to-date sein bei den Hunden filtern. Süße, merkt ihr das bitte nicht, ne? Ich hoffe das nicht. Warte, ich muss mein Handy auch mal kurz wegschmeißen. Nein. Okay, was gibt es sonst noch? Ja, wir kriegen... Die Cops haben Akte vergessen, deswegen kriege ich 100.000 von denen, wegen Freihetsberaubung. Was ist Freihetsberaubung? Ja, die haben mich in den Knast gescheckt und die haben die Akte halt vergessen. Du warst im Gefängnis? Ja. Ist du eine Kriminelle? Nein, das war alles ein Irrtum. Das war kein Irrtum. Das gehört sich ins Gefängnis. Im Knast, dann hat man auch so komische, eklige Toiletten. Das ist eklig. Ja, aber im Knast habe ich mal gehört, dass man die coolsten Leute kennt. Aber ich habe gehört, die Gummizellen sind als Apple Cream. Ja, da könnte aber der Siegfried rein. Wir müssen mal den Pinsel mal fragen. Was war denn noch so los denn? Achso, wir haben eine neue Mitarbeiterin, die Pamela. Auch die Pamela? Rosco Pamela. Also sie war... Sie war ein Mann und dann war sie drei Monate im Knast und jetzt ist sie zur Umwandlung zur Frau. Und sie ist so eine Süße, wirklich. Sie ist Zucker, oder? War das die letzten, wo du dabei hattest? Ja, genau, genau, genau. Wir müssen noch die Frusthaare wachsen. Die Frusthaare wachsen, waxen. Ja, die Haare wachsen immer. Epilierer nehmen, geht schneller. Ja. Ja, oder einfach die Brust abschneiden. Ja, die hat sich noch Socken rein aktuell. Hm, das mache ich auch manchmal, wenn ich alleine bin zu Hause. Da verkleide ich mich immer als Twinkie. Okay. Warum? Ich will auch mal in der dominanten Position sein. Ja, ich glaube schon, dass deine Frau die Hosen anhat bei euch. Und ich muss meine Maus ziehen, aber immer nur die kleinen Trainer. Wie gehen ab, Hans-Peter und Lisa die Hosen an? Ich habe nichts Falsches gesagt. Ich habe nie gesagt, dass ich füge mit ihm. Oh, da kommt er wieder. Hase-Peter! Ja? Lisa war gerade hier. Wie? Sie ist traurig, du sollst sie anrufen. Sie ist traurig, ich soll sie anrufen? Ja. Komisch, ich telefoniere gerade mit ihr die ganze Zeit schon. Also komm, hat doch keinen Sinn, was du sagst. Oh. Er hat nicht so funktionierend. Warum gehst du Lisa fremd, du Arsch? Herr, wen gehe ich fremd? Was? Ja, der andere, Lisa. Was für eine Lisa? Ja, der andere, die hier war. Ich check gerade gar nichts mehr. Warte, ich packe mir eben das. Wir haben Angst auf Videobanden. Wir haben später blaue Haare. Wir haben alles auf Videobanden. Aber wir wissen genau, was du mal der getan hast. Oder sieht das nur so wie dem Licht aus? Nee, blaue Haare. Wann hat er das denn gemacht? Ja, der ist in der Midlife-Crisis. Hm. Ist er schon so alt, oder was? Aber ist der letzte. Komm, wieder rumkummeln durch, komm mal. Mit deiner Sporttasche. Als wir ihn letztens getroffen haben, hat er noch nichts auf dem. Wie gehört das eine Autobahn, die steht? Mir. Das ist meins. Okay, gut. Jetzt hätte ich das jetzt abgeschlecht. Das ist von irgendwen, dem du nicht kennst. Nee, lass doch bitte stimmen. Aber Biggie, little kid, mein Zimmer, wo ihr euch kennst? Kennengelernt habt. Bei euch könnte ich mir so vorstellen, dass der Biggie eine verbotene Abteilung von der Videothek war. Und so Dreckling Zeug gesucht hat. Und dann ist dem so ein Filmchen runtergefallen. Little Kim hat es aufgehoben, weil die da gearbeitet hat. Und dann wird der Biggie ganz rot und ist einfach weggeranschreiend. Nein. So voll romantisch. Ja. Also erst mal proben und dafür keine Videothek. Ja doch, damit schon. Eine normale Straße reicht. Ja, Biggie, erzähl. Nee, du darfst erzählen. Ladies first. Ich bin ein Gentleman. Ich habe das letztes paar Kodis schon erzählt. Wieso muss ich das immer machen? Weil du das besser erzählen kannst. Okay, also. Ich war in Brooklyn unterwegs von der Biggie stand am Straßenrand und hat Crack verkauft. Hat Crack verkauft? Nee. Doch. Mir fällt gerade auf, dass es dunkel wird. Ja, es wird dunkel. Du hast viel die Friere von Speed. Wollen wir trotzdem noch die Fotos machen? Hallo, eine Kamera, Blitzlicht. Ja, okay, gute Idee. Okay, ich sortiere mal die Autos hier schneiden. Manchmal frage ich mich, wo ich hier lebe. Ja. Dass die Leute kein Blitzlicht kennen und so. Alle dürfen hier beruht fahren. Wenn man eben rumläuft und das liegt ja auch mit so einem Taschenlämpchen. Also, der hat Crack verkauft. Genau, und ich bin vorbeigelaufen und er hat mich öfter mal gesehen und hat mich einfach angequatscht. Hat der zufällig Crack an Schwangere verkauft und hat dabei ein rotes Holzfällerhemd getragen? Das weiß ich nicht. Und ein paar Rhymes gekickt? Das weiß ich nicht. Das habe ich auch getan. Wie machen wir das denn? Hat jemand eine Idee? Hans-Peter? Ja? Du sollst auflegen, weil ich schauen möchte, was wir mit dir besprechen. Bigi, wie hieß denn der Typ, gegen den du dein erstes Special gemacht hast? Ja. Das darf ich nicht verlassen. Der hieß doch bestimmt Supreme oder so. Okay, ich habe Crack verkauft und dann hast du den angesprochen. Ja, ich habe ihn angesprochen. Lass mich raten. Biggie hat dir hinterhergerufen, yo, Big Mama, willst du was für mich essen gehen? Nein, der hat Little Mama gesagt. Oder so. Ja. Und dann hast du ihn gefragt, warum der dich jeden Tag anquatscht. Richtig. Mhm. Und warum der dich fragt, wie es dir immer geht. Genau. Und dann hat er dich zum Essen eingeladen. Ja, in der nächsten Szene wart ihr dann in der Kiste. Ja, ja. Ich musste mir ein Menü mit ihm teilen. Weil er einfach Geld dabei hat. Sein Klemmrich ist einfach so eine Curry-Verdie aus dem Film. Das ist nicht besser als ich zu sagen. Ja. Ihr habt telepathische Fähigkeiten. Vielleicht seid ihr geheime Brüder, weißt du? Ich kann aus der Hand lesen. Wir sind Burger-Kumpels. Oh Gott, ich habe zu viel gelacht. Aber bei meinen Riesen-Foten haust du viel zu riesen, ne? Mhm. Da kannst du mehr riesen. Die Geschichte ist voll süß. Wie sollte man verfüllen? Wie stelle ich die denn jetzt am besten hin? Ja, so überhaupt nicht mehr. Schon alles zerkratzt vorne. Ist gar nichts zerkratzt. Ah, Ansichtssache. Nee. Soll ich hier hinstellen? Hier links und rechts? Oder was machen wir? Und stellen wir uns in der Mitte unter das Ding? Wirst du nur zwei Taxis-Verdiefehlern? Nee, ich würde halt noch mehr. Und dann würde ich die rechts und links verteilen. Und dann stellen wir uns in die Mitte hin. Ich habe keine Ahnung davon. Warum holst du nicht den professionellen Fotograf? Jenny schreibt gerade E-Mail. SMS. Keine Ahnung. Ist wieder mal dunkel. Die Reset ist gerade gepasst bei Habbo Hotel. Jenny wird gerade von so zwölfjährigen in einem Krankenhaus verabstet. Oh nein. Was? Was? Ey, ich war gerade voll in die SMS-Verdiefe. Das kennt ihr doch nicht schmacken. Jenny, hast du irgendeine Krankheit? Müssen wir dich behandeln? Warum? Schick mal Rose bei Knudsel, Jennifer. Komm. Oh nein. Ey, was habt ihr gesagt? Reg mich an bei MSN. Ach, sie. MSN? War das unser Logo unerwartet? Ich kann meine ICQ-Nummer noch auswendig. Ich meine auch. Sag mal. 6693845. Ach nee. Das ist meine Handy Nummer. 9753. So, Chuck, was willst du jetzt? So muss ausziehen? Hier vorne links um Ergie. Da ist das schön... Das ist an die Wand. Das ist geil. Das ist logisch. Die Nummer. Nee. Wer fährt denn jetzt? Also ich gehe jetzt nicht um meine Hose zu wechseln. Kannst du abschminken. Der kommt mit. Stell dich an die Wand. Herr, welche Wand? Vor allem, er fährt einfach weg. Sehr gut. Ich glaube, der will uns erschießen. Ja, ich glaube auch. Aber ich habe knappe Baby. Ich will auch eine. Aber sag das nicht meine Frau. Findest du mir lieber oder nicht? Nur eine umsonst. Kriegst du nicht hin. Ich guck mal. Ach ja. Warte mal, wo willst du es? Ach, hier. Und, ach so, wo? Das wusste ich, dass du das willst. Ja, aber ich würde das nur ein bisschen weiter dazustellen, oder? Nee, wir haben ja noch mehr Toxen. Ach so. Hä, willst du die alle da? Nee, ich will jetzt nur eins links und eins rechts spielen. Ja, okay, cool. Oh. Das war ich nicht. Das war die Frau hier. Der Karten, Ijo. Der Willy Wonka 2.0. Wie parkt der den? Ist der besoffen? Ja, vielleicht. Also, ja, das kann man auch so machen. So kommen wir aufs Taxi besser zu Geltung. Oh nein, die Hötchen wegschmeißen. Geilteres. Vielleicht kommen die Felgen so besser zu Geltung. Ich weiß nicht. Also, Peter, die Taxen und die Taxen. Ich weiß nicht, aber... Ja. Was machst du? Ich weiß nicht, wo unsere Taxen sind. Wir haben sechs moderne Taxen. Drei sind da. Drei sind weg. Ja. Dann frag mal den Holländer. Ich muss immer so ein Taxi fahren. Weiß ich nicht, ich schiebe immer alles auf den, dass er gefeuert wird. Weil der Taxi... Magst du nicht? Nö, der teilt nie die Fahrgäste. Also... Oh Gott, wenn ich jetzt gleich überfahren werde. Ja, die Lichter müssen an, die Lichter müssen an. Ich habe keine Ahnung von sowas. Lass mal das Auto auf. Wenn wir da noch eins quer stellen und uns vor das quergestimmte Taxen stellen. Kannst du die Autos mal offen lassen? Nee, ja. Dann kann ich hier ein bisschen. Ich finde, wir sollten uns auf die Autos... Das ist eine Waschmaschine. Was? Da fährt eine Waschmaschine. Meine Idee wäre jetzt gewesen, hier im Auto noch quer vorzustellen. Und da stellen wir uns alle vor und drauf. Ich finde, wir sollten einen Termin machen, wo möglichst viele Mitarbeiter da sind. Hä, also jetzt sollen die mehr oder was? Also würde ich sagen, oder? Meinst du, wir reichen stellvertretend für alle? Da fehlen halt so ein paar... Ähm... Ne, das ist nicht so ein Tagsfliegen. Hättest du das nicht vor einer halben Stunde sagen können, wo ich angefangen habe? Ja, aber das habe ich mir gerade überlebt. Das habe ich vor einer halben Stunde schon gefragt. Ja, du bist der Chef. Wir machen heute welche und nichts zu machen. Also ich habe mir heute extra Zeit genommen für den Bums hier. Okay. Dann stellt euch hin und dann machen wir irgendwann nochmal ein schöneres Foto. Also ich würde ja genau, ich würde die Autos ein bisschen noch näher ran fahren, dass wir uns auch da so draufstellen können. Ja, wo du das anstelle ich. Oder wie Stern halt eins quer hier vorn. Stern und Bahn auf das Aßen. Stern und Bahn auf das Aßen. Du musst da ausschütteln. Du musst da ausschütteln. Hast du Augen behauen? Dann war das ein bisschen. Ja, sonst tut es weh, wenn ich renne. Ai, 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 ai. Oh Gott. Ai, ai, ai. Oha. Äh. Oha. Ey, ich habe dich noch ganz angestuppelt. Es ist noch Suppel da. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Es ist noch Suppel da. Nein, ich habe dich nur leicht angestuppelt. Ey. Das muss Liebe sein. So, ist der andere auch arm? Ne, ne, echt gutes Foto vorne mit dem Blutdreff. Ich mach's du von meinen Pose. Kann das mal eben wer abwischen? Ich fahre mal kurz einmal frische Luftschnappung blocken. In der Zeit mach ich das sauber, Chef. Oh, die Taxis sind gewöhnt. Ja, und wir müssen immer so ein Taxi fahren. Ja, ne? Ich hab ein Taxi mit super Felgen. Hab ich nie wieder gefunden. Habt ihr einen Schlüssel von dem hier noch? Wir haben gar keine Schlüssel von dem. Ich möchte auch so ein Taxi fahren. Ich würde halt, dass wir auch uns so ein bisschen auf die Taxen drauf stellen. So mit einer coolen Gangster-Pose. Weil wir sind ja... Wüsst du dich meinen? Ja. Wie schaffst du es eigentlich immer aus dem Stand auf das Taxi zu springen? Ach komm. Hast du vorhin mal bei der Olympiade? Ja, ich war bei der Army. Spartakul... Ja, ja. Die Geschichte kenne ich auch schon. 25 Sniper-Bschüsse. Wo ist mein Sniper? Ach. So, guck, und dann machen wir jetzt hier gleich Gang Gang Gang. Gang machen, ne? Wiggi, denk dran. Lass den Black Camer, ne? Mach den Black Camer, ne? Mhm. Du holst dir nicht ein Löwes raus, Junge. Achso, ich dachte, das ist mit so einem Schulti. So mit Zoom, halt die Kamera gar nicht. Oha. Jenny! Oh Gott. Was ist passiert? Oh mein Gott. Das war knapp. Wer hat das noch gesehen? Ich nicht, ich hab weggeguckt. Das Auto steht da her. Hallo. Guck mal, du verliert Erdbeeren unterwegs. Pass auf! Mann, den ich seinen Namen nicht weiß. Also, mir ist nichts passiert. Ich bin wie ein Reh vorbeigehüpft. Ja, ja. Sag mal, was bist du eigentlich so? Guck doch mal an die Straße, wenn du rüberläufst. Das ist Unruf. Ich muss wieder pushen. Unruf. Was? Den kannst du nicht behalten. Unruf. Unruf. Wir machen uns breit. Wir machen uns breit. Wir machen uns breit. Wir machen uns breit. Ach, das ist der Bischof. Humpel mal richtig. Ja, wer ist das denn? Geht die gleich aus dem Auto raus. Dafür kann ich auch humpeln. Hallo, keine Aggressivität hier. Ja. Was ist das für ne laufende Geruch? Was bist du für ne hässlicher Kackspaten? Hey, Absicht. Hä? Oha, nein. Was soll doch die Fresse halten? Warum so schlecht geladen? Warum so schlecht geladen? Schlecht gekacki, oder? Wenn da Leute über die Straße gegangen wären, hättet ihr wieder drei über den Aufen gekackert, nur weil ihr cool sein wollt. Ach, was passiert ist, du Affe! Ja. Ist grad bei uns nicht? Das hör ich mir an. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Hätte ich nicht recht nicht anders gefahren, hätte ich die voll erwischt. Ich bin, ich bin wie ein junges Rät davon gehüpft. Bruder. Gut, ihr wollt echt Gangster sein. Hm? Nicht, dass sie überfahren werden. Da drüben ist der Schnupi, den kenn ich. Schnupi, böse Schnupi. Das ist ein Verbrecher. Nee. Ich hab nix mit Verbrechen zu tun. Wachs mal in Stifte. Wie jetzt? Schnupi. Oh mein Gott. Was läuft denn da so schnell wie auf die Straße ist da bekloppt? Hier drüben OG. Hey OG. Hier drüben. Alter Barclay, was mit dir passiert? Guck mal hier OG. Barclay sieht aus wie ein Rente. Es gibt keine Autogramme. Nicht? Achso, ja, ich bin jetzt in Rente und spiel Bowling. Können wir von der Straße runter gehen? Ich hab Jenny fast geschildert. Ja, geil. Geil. Da muss man noch in einem Hotschub setzen. Da muss man noch in einem Hotschub setzen. Schnupi. Pinard, komm mal von der Straße runter. Bischof, stell mal dein Auto zur Seite. Ich glaub nicht jemand überfahren könnte, Junge. Ja, stimmt. Schwer auf die Straße damit ich nicht sterbe. Peter, kannst du das eine noch hier einmal aufmachen? Die sind alle auf und an. Das Chef-Taxi ist zu. Merci. Ich geh da mal lieber weg. Es tut weh, eine Knopf. Was machen wir jetzt? Warte, geh mal zu besetzen. Ich stell das auch noch hier hin. Ist der wirklich Snoopy? Ist der wirklich Snoopy? Bischof. Da ist der wirklich Snoopy. Ja, Schnup heißt der. Kannst du in sein Buch schreiben. Schnup Doc. Doki-Doki-Doki. Der ist von der Bombe. So, oder? Von der Bombe. Von der Bombe. Von der Bombe. Waren wir mal unangenehm gedacht? Wie sieht das aus? Wie sollen wir denn jetzt? Ja, sieht so aus. Ja, super. Du hast eine Mauer gemacht. Jetzt können wir Gambo rufen. Vor die Autos stellen. Vor die Autos hier. Vor die Autos. Auf die Autos. Dann wird das von rechts pushen. Was soll das hier? Ich habe Angst zu sterben. Der Auto steht noch verweckt. Guck mal, die geht mit der Pinne auf dem Auto drauf. Was sollen wir jetzt machen? Ich bin bei Bishop. Das ist eine ungute Quote. 50.000er Coinflip. Nein, ich darf nicht. Familie-Foto. Wie er Angst hat. Aber, Chef, warum? Wann kriegen wir die Macht? Warum ist dann hier eigentlich drauf? Die arbeitet gar nicht beim Taxi. Ja. Ey, sag nichts. Ich bin hier eher ein Mitglied. Wir sind eine große Familie. 10 von 3 runter. 10 von 3 runter. 10 von 3 runter. Schnup, komm da auf dem Bild. Hol deine fahrende Waschmaschine noch rüber, Schnup. Warte, ich hole die Waschmaschine rüber. Moment, Moment. Ich muss noch. Sau, fertig. Echt? Du hast da runter gezählt. Ich war nicht bereit. Ich dachte, als Peters tut. Wo war denn da das Blitzlicht-Gewitter? Ja. Warte, kommt. Du musst runter zählen. Einfach Internet Explorer. Ich bin stolz auf meine Gam. Bald gehen wir brechen. Das Safari. Bald Gambo Gambo. Bald Mauer bauen. Haben wir denn auch einen Kameramann, der hinterherläuft? Zähl runter, du Fall. Ich bin der Kameramann. Bruno, ich bin der Kameramann. Ich bin Bruno. Ich bin Bruno. Ey, was macht das Auto hier? Oh, sie müssen wir alle cheese sagen. Hast du auch nie ein Foto gemacht? Einen wunderschönen guten Tag. Was sagen wir, Odin? Ich hab's aber bereit. Wir können dir weiterhelfen. So, seid ihr bereit? Ja, ziel runter. Die Bullen kommen. Jetzt ist mir egal so. Schnell. Taxi Gelände, wir sind doch hier. Ja. Gang signs up in the sky. Oh Gott. Der Blaulicht kocht kurz aus. Ja komm. Schieß. Los. Schieß. Schnell, mach das Bild. Oh, sie schieß. Noch eins. Die Leuchtung war aber gut. So, ich hab. Pippi. 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 Topi. Perfekt. Ich darf immer noch ein Auto wegfahren. Du musst dann auch noch wegfahren. Ich hab nur kurz sicher gemacht. Ich hab nur gehalten. Ich hab nur gehalten. Ich hab nur gehalten. Ich hab gar kein Cheese gesagt. Immer diesen. Wann nicht mal drei Minuten gehalten. Immer diesen. Immer diesen. Jetzt brauchen wir ein Foto, deswegen haben wir schnell ein Foto gemacht. Ding, ding. Ja, war ich kurz am überlegen. Aber ich dachte, wir müssen hier sein. Das ist ein Bürgersteig. Das dauert wieder zwei Stunden. Das ist ein Bürgersteig. Gehen Sie das nicht. Gucken Sie mal. Ja, ist doch denen auch egal. Die Motorräder sind immer noch keiner da. Das stimmt. Das sind ja auch Rocker. Chef, soll ich ihn platt machen? Soll ich ihn platt machen, Chef? Ich brauch's sicher eh nicht. Runter von der Straße. Ja, du bist doch selbst auf der Straße, du Knallkopf, du. Warte mal, warum bin ich auf dem Foto nicht getroffen? Du runter. Bin ich frech. Klar. Der Vater mag den Polizisten auch mal ein Foto machen. Beim nächsten Foto bin ich drauf, wenn wir das mit allen machen. Ja. Weil dann will ich ein vernünftiges Outfit haben. Wir wollen unsere Gang repräsentieren. Die schlimmste Gang der Stadt, ne? Ja. Wie die schlimmste? Was soll das jetzt? Sind sie nicht der Polizist, der letztens bei Knicker stand, wo er umgehauen worden ist? Wer ist ein Knicker? Der Knicker, halt. Der Kicker. Der kickt mal. Der trägt jemand einen roten Pullover. Der Knicker Klacki, der hat das Auto. Huggi. Der sagt mir nichts. Der sagt mir nichts. Was knisterst du denn so? Herr Mediziner, ihr müsst'n glaube ich fahren. Ich glaube, ihr merkt es wieder da. Echt? Will er mich gleich beißen? Bin aber nicht Schmacker. Da wo kommt der Vogel? Der muss ich nachher unterschreiben lassen. Aber wo hast du den Vogel her? Das ist von Twinkie, der. Wo war's? Wer hat Twinkie den versteckt? Hattest du den ersten Frosch? In dem Dekolleté. Ja, den hab ich zu Hause im Teich. Der wiegt schon 7 Kilo. Im Hot-Tube oder was? Ich fütter den immer im Cheese-Dollar. Gibt nach zu lachen. Und das schreibst du auch mit dem Namen auf den Frosch? Ja, mit dem Frosch. Ich will das Foto sehen. Ich auch. Hans-Peter zeig doch mal. Ja, ich auch. Ja. Aber jetzt ist Hans-Peter gar nicht drauf. Ach echt? Ist doch scheiße wie gar ein scheiß Abzug dafür. So'n Glück. Ja, ich stand grad vorne noch nicht hier. Nee, noch nicht. Warum bist du eigentlich so richtig arschleck geworden, wie du redest? Ja genau, warum bist du ein arschleck? Nicht arschleck? Warum bist du so ein arschlecker geworden? Ach nee, wie kann man denn so sein? Wo ist denn deine Pfollen im Bischof? Och, Köhne, auch eine Frau Hans-Peter. Hase-Peter, der Muschi-Scheckerle. Erst die Schlumpfine, dann die Lisa. Ja, wo ist die eigentlich, die Lisa? Taste the rainbow, ne, Hans-Peter? Taste the rainbow! Deshalb zieht er sich auch an wie ein Jugendlicher. Der ist in der Midlife-Crisis. Ach, leck mich doch. Guck auch seine Totenkopf-Halskette. Uh, großen Ding. Guck die nicht mehr mehr an. Gang, gang. Halloween-Kostüm. Fehlt nur noch, dass der so'n Ring trägt mit so'n Lutscher dran. Diese ganz großen Diamant-Lutscherring. Stimmt, ich bräuchte nen Schlagring. Für Knicker. Ich bin dafür, dass wir die so'n Kinderschnuller in die Haare pflichten. Und so'n We-Tütchen. Nee, eigentlich bräuchte nur so'n großen, übergroßen Comedy, naja. Du bräuchte ne Schultüte. Ne Schultüte? Wieso ne Schultüte? Ich bin dabei. Ich hab das von gerade erst gehört. Ich mach euch fertig. Stimmt, beim Boxkampf gibt's irgendwas zu gewinnen. Ja, Crocs. Hatten wir nicht mal Ronny da angemeldet? Ja, dieses Mal gibt's Crocs. Stimmt, wir hatten Ronny angemeldet. Wo ist der eigentlich? Ja, den hab ich gestern verloren. Ich weiß doch, Entschuldigung. Sag mal bitte nicht wieder aus dem Helikopter. Bishop, meld dich fürs große Turnier an. Ich geh nicht nochmal auf die Suche und lande an der Hand. Ich bin kein MMA-Fighter. Pinsel geht nicht am Telefon. Muss kein MMA-Fighter sein, du. Wir waren gestern bei deiner Werkstatt. Musst du gut kippen können. Ja. Das ist auch meine. Ja, das ist die schlechteste Werkstatt, die ich in meinem Leben lebe. Wieso? Du hast auch gesehen, wie schnell wir lackieren. Ja, super. Und dann an diesem 10 nach 12 ist mein Auto fertig, ich bin 11 nach 12 da, ist keiner mehr da. Ja, die haben gesagt, dein Auto ist fertig, nicht dass jemand da ist. Pina, du kannst auch... Nee, kannst du nicht. Ich geh nicht mehr dahin, ne? Das ist mir zu... Das ist zu komisch doch. Wieso denn zu komisch? Jetzt gib mir so eine Stempelkarte. Gib uns doch mal, äh, 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 äh. Gib uns Feedback und können dann arbeiten. Weißt du, was ich meine? Feedback, genau. Wir haben die M&Ms ausgetauscht. Keine Ahnung. In der Tierhalle ist das Licht kaputt. Ja. Das ist eigentlich auch so das Schlimmste. Dass das Licht kaputt ist. Hm? Ja, aber das kriegt ja nicht... Und ich war nur mit Pinseln im Auto da und mit Pinseln und der Typ hat zwei Stunden gebraucht, um uns die Felgensätze zu zeigen. Und das... Sein Mund kamen ganz komische Geräusche. Welche denn? Mach mal. Als würde in seinem Gehirn jemand rumschreien. Kinderstimmen und so und, ja. Seine. Ein lauter Denker. Hey, wir locken Computerhaus. Und das Schlimmste vom Schlimmsten ist, ich krieg nur 15 Prozent. Hä? Nee. Nee. Taxi mit dabei, da kriegst du 25. Nö, 15. Nee, 25. Der hat mir 15 gesagt. Ich krieg nur 20. Was ist denn das? Dann guck mal. Pass auf, Bishop. Ich habe gestern lackieren lassen und Pearl und einen Satz Felgen. Wie teuer ist das? Ich glaube, ich habe 11.400 gezahlt. Dann hast du mir gespart. Ja, wie viel Prozent habe ich dann bekommen? Aber dann hast du... Hanspeter, guck du mal nach. Sie kennen sich doch besser in deinen Dokumenten aus. Ja, nee. Du hast Taxi-Mitarbeiter-Rabatt gekriegt. Hab ich? Ja. Normalerweise hättest du bezahlt 20.000. Okay, dann ist der gut. Aber erst mal meckern, ne? Aber das andere verstehe ich. Nein, aber die Mitarbeiter, die sind halt echt... Wenn ich nach oben fahre bei Harmony oder so, dann... Die machen das super gut. Also ich sehe immer nur den Marvin und den Ray. Ja, wir stellen jetzt auch neue Leute ein. Ja, der Ray ist ein guter. Ich kann nicht tun. Ich habe keine Ahnung. Hanspeter? Tanisha ruft auch noch einen Job. Ja. Hm. Schrei doch nicht so, Jenny. Das Werkstatt ist leider voll. Und du müsstest mal ein Auge auf den Büchse werfen. Der sagt mir nämlich immerhin, sobald die im Auto kommt. Ach so! Übrigens, neuster Gossip-Büchse hat auch eine Freundin. Wieso? Wer? Wie heißt die Malbüro oder was? Ich dachte Malbüro oder so. Goulois blau und die Schieß. Die Goulois sind blau. Ey, was hat Büchse gesagt? Du sollst nicht zu West Coast oder nein? Komm doch nicht. Ich soll zu dem kommen. Da krieg ich Aufbauzahlung da. Ich bin Büchse. Aber der spuckt ja auch Tabak im Gesicht. Ja, warte mal. Da muss ich... Der hat mich auch gestern gefragt, ob ich den 3,5 Millionen gebe. Der ist kein Witz. Der will einem Filmstudium kaufen. Ja, rat mal wem die gehören. Wem denn? Bischop? Wir müssen los. Bruder, du hast leider... Oh ja, Bruder. Wir sind blau. Ach, wieso? Was? Wir müssen los. Ja, ja, geh du mal besser. Mit deinem Filmstudio. Ja, den können wir noch schon warten. Dann können wir noch die... Ja. Ja. Perfekt. Da liegt sie. Oh nein. Was ist das für ein Film? Einfach was? Nein. Oh nein. Jenny, du hast doch Probleme. Ich sag's dir ehrlich. Warum? Das tut mir leid. Du hast ja doch nichts getan. Ja, Bishop hat mir wirklich nichts getan. Außer, dass er sagt, ich bin auch sozial. Ja, du hast ihm Ellbogen ins Gesicht gerammt. Wie nennt man das denn sonst? Sorry. Sorry. Ich hör' ich hab' bloß am Handy. Hi, have a good time. Mann, ich bin doch von rechts gekommen. Ich darf das entspannen. Das ist natürlich echt kritisch gerade. Au. Ich glaub' das müssen wir in der Stadt rum erzählen, dass Bishop von Mädchen verpült wurde. Ey, Pinot. Wir bräuchten ja am Taxi bitte einen Krankenwagen, weil mein Kollege ist gestolpert. Ja, ich stolper. Hey, Buckle hier. Hast du schon gehört? Bischof wurde von der Mädchen ungehauen. Fick dich, du. Nee, von dem Schwächling Jenny. Was? Ja, kann sein, dass er einfach in meine Faust gelaufen ist. Okay, riecht dich im Haus. Warte, hey Bishop. Das läuft dein Kinn runter gerade. Vielen lieben Dank. Egal. Ich hab' mir einen 10er Pack von diesen Bowlinghemden gekauft. Ich glaube, das ist Karma. Was Karma? Warum haust du mich? Es tut mir leid, Bishop. Es tut mir leid gesagt. Du wurdest von einem Tumblr-Girl verkloppt. Von einem Tumblr-Girl? Ja, die hat Glitzerfotos auf ihrer Internetseite. Das glaub' ich auch. Hihihihi. Junge. Das ist auch immer Karma, wenn ich... Was? Auf dem Glitzerfotos sind auch immer so Sprüche drauf, so. Was? Ja, auf diesen Tumblr-Fotos sind auch immer so Sprüche drauf fürs Leben. Jaja, wie so solche Sachen wie im Regen kann man meine Tränen nicht sehen und so. Jaja, genau. Oh Gott. Jennifer hat doch bestimmt nur ein Endlichkeitszeichen tätowiert irgendwo. Ein was? Ein was? Ein Endlichkeitszeichen? Du hast doch bestimmt Traumfinger zauber. Oder dieses Om-Zeichen von den Inneren. Woher willst du das? Ja, das ist so typisch für den Topler-Girl. Was? Nein, habe ich nicht. Habe ich alles nicht. Hast du wohl. Okay, habe ich doch. Und Safe hat die Bauchnabel-Piercing. Hat die auch. Mit so einer Riesen-Sonne. Mit so einer Casino-Sonne. Hey, 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 hey. Und wie fühlt sich das so an, wenn man vom Mädchen verkloppt wird? Ja, im Bett ist scheiße. Schwitzt du dein Testosteron gerade aus? Ja. Oder warum ist deine Hose so nass? Ja, das schwitzt durch seine Augen gerade raus, glaube ich. Oder sind das etwa Tränen in Bischof? Meine Tränen kann man ja im Regen nicht sehen. Also Bischof, wie gesagt. Das war Karma, ne? Wenn ich jemanden schlag, dann ist das grundsätzlich einfach Karma beim Anderen. Tja, das hat kein Glück, der Schlag ging nicht in die Weste. Das geht gar nicht. Sonst wäre deine Hand so Staub zerfallen. Die sind nämlich aus Elbengold geschmiedet, diese Westen. Es gibt kein Elbengold. Na klar. Hast du Herr der Ring hier nicht gesehen? Ich dachte, ihr habt kein Herr der Ring. Nee, da gibt's das auch nicht. Aber in Los Santos gibt's das. Das ist nie euer beschissener Ernst. Ja, frag Jenny. Gibt Jenny die Schuld. Jenny hat den umgehauen. Aus Versehen ist er in meinen Elben gelegt. Aus Versehen zu. Ja, Bischof. Äh, ja. Ja, mach, mach, ja. Bis später. Ich wusste, dass Jenny eine Kriminelle ist. Guck mal, jetzt kommst du mal ins Krankenhaus, da kümmern die sich umdurch. Ja, genau. Wieder fünf Stunden warten im Krankenhaus. Viel Spaß, deine Stunden da rumzuhängen. Ja, das letzte Mal waren es dreieinhalb Stunden. Bist du ein Asi, Jenny? Und dann hab ich nachgefragt. Ja, dauert noch. Da bin ich gegangen. Ach, wie ein bisschen Nasenblut ins Krankenhaus. Dramatisch. Bischof. Ach, du bist den Kinder, der bestimmt so einen Schuss wohnt. Könnt sein, ja. Nein, natürlich nicht. Das würde ja werken. Stimmt, das wurdest du merken. Oh, wir haben schon neu nur Codysat auf. Oh, die Ballettchenpäckchen. Wer geht was mitessen? Ich. Ja, ich. Dann hol ich schon mal die Schupp krank für dich. Danke. Kian, wie geht's dir? Erzähl mal, wo muss man eigentlich hin, Kian? Aber du bist ein Taxigast. Du stehst eine halbe Stunde herum, Jenny. Du bist echt die schlechteste Fahrerin der Welt. Wieso? Ja, du hast einen Kunden, dann hältst du hier irgendwo an, machst ein Foto und währenddessen klopfst du noch jemanden um und stehst hier ganz gerne. Ja, Kian hat gesagt, kein Problem. Du, mehr Unterhaltung gibt's ja einfach gar nicht, ne? Du weißt, dass du pro zwei Minuten das draufzahlen musst, ne? Ja, das Taxometer läuft, mein Freund, ne? Nein, also, wir rechnen immer noch nach Kilometern ab, ja? Und bisher sind wir noch keinen Kilometer noch dran. Da steht hinten im Taxi drinnen. Alle zwei Minuten, äh, 20 Dollar, glaub ich. Das ist, äh, alt. Der steht hinten dran. Sind wir vom Taxi oder du vom Taxibisch, Hopp? Ja, wir alle sind Taxi. Ich bin Taxi. Wir alle sind ein bisschen Isaac Clayton. Ich bin Isaac Clayton. Du bist Isaac Clayton. Wo musst du jetzt mal meinen Kian? Warum schreit denn du schon wieder so? Oh Mann, das tut mir leid. Er schreit immer, ne? Ich versteh's nicht. Ja, damit er mich selbst versteht. Guck mal, jetzt schreist du uns an, weil wir sagen, du das leise reden. Das macht's nicht besser, Jenny. Wo vielleicht? Wer war beim Finanzamt? Jenny. Hm? Box sie um. Wen? Nein, man haut kein Mädchen. Ich hab... Ja. Wer ist eigentlich das Überraschungsei, was ich hier seh? Wer ist eigentlich das Überraschungsei, was ich hier seh? Der da? Ja. Siehst du nur eins? Das quetscht sich nix raus. Hey Will, du haust mich jetzt. Bigli, du schützt mich. Kein Problem. Das Ding wird gezüchtet im Jurassic Park. Nein, ich bin tolerant. Jeder, wie er möchte. Ja. Jeder, wie er möchte. Amisha ist die Beste, wirklich. Kennt ihr das Scary Movie? Nee, hat keiner gesehen. Das ist eine Serie auf Netflix. Was ist denn Netflix? Ach, das ist auch ein Tinderfeld. Ja, ja, schon mal. Tinderfeld? Was ist denn ein Tinderfeld? Neu in dieser Stadt. Das ist Epif. Ich bin Goldfarmer. Goldfarmer. Und den Führerschein bekommt man wo? Flughafen. Flughafen. Kennst du nicht in Ägypten diese Leute, die so Stadt plänen und alles verkaufen? Wo hast du eigentlich deinen Pilotenschein, Herr Peanut? Nein, den hab ich mitgebracht aus Arizona. Zwichter vom Flughafen. Ich bin ein guter Pilot. Ja, stimmt. Rundflug war ich so... Ich flieg durch Tunnel. Glaub ich dir. Oh, guck mal. Papa hat sich's. Hast'n Problem? Geh weiter. Autogrammi gibt's hier nicht. Oh, das ist, glaube ich, Lisa. Ja, das ist Lisa. Ach nein. Hallo, Lisa. Schwanz-Fanboy. Hast gesehen, der Sparkler hier. Guck mal, Hase Peter hat den Bischof umgehauen. Fanboy. Dann fragt sie, ob sie wusste, dass ihr Freund Krimi nennt. Ab. Hab's nicht. Lisa? Ja? Dein Freund hat den Bischof verkluppt. Hä? Dein Freund hat den Bischof verkluppt. Hab keinen Freund. Dein Verlobter. Entschuldigung. Ja, Hase Peter meinte, ihr seid zusammen. Was? Ja. Aua. Aua. Der meinte, die Liebe ist zwar noch frisch, aber sie lodert schon sehr stark. Der Bischof gerade sitzt im Hase. Peter, bist du nicht mit Dings zusammen? Der hat so alte Schnauze. Und dann sagt der Bischof so, schließe. Und dann kloppt er den einfach. Wenn ich dich in die Finger kriege. Seit wann hat die so ne Taubstummhose an? Was ist ne Taubstummhose? Weißt du, was nicht ne Taubstummhose ist? Was ist das? Wenn du sie redet, aber die Lippen sich nicht bewegen. Du bist so sexistisch, ne? Was ist sexistisch? Kennst du die Hosen nicht? Warum guckst du da als erstes hin, Bishop? Ich lieg am Boden. Wo soll ich hingucken? Eben hab ich den Hoden gesehen. Das hast du verdient. Nein. Es hat sich eingepranten. Und wenn du den PC restartest, Pinsel? Können Bowlen gehen. Nein, gehen wir nicht. Zeig euch mal. Kann ich die Kugel sein? Ja. Ich geh jetzt nach Cody's das Essen. Ich komm nach. Ja, guten Appetit. Ich komm nach. Ja, wir schicken dir was ins Krankenhaus. Das hat eigentlich keiner einen Arzt. Was, das wirklich? Nö. Warum? Kein Geld? Ja, Salame. Ja. Wieso hast du nicht Salame? Ja. Wie geklicken seid ihr mit eurem Auto hier, ne? Ja. Okay, dann bis später. Viel Spaß. Ich hab Hunger. Mach doch, kommt einer. Und ich bin Action. Herr Doktor, hier. Warte mal, du restartest den Computer und du kannst ja trotzdem nicht starten. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Komm gleich, Biggie. Ich komm nach. Hä, warum dauert doch nicht lang, wann da dauert eine Stunde, hast du das System neu aufgesetzt. Und dann lehst du bis morgen alles runter. Weed Lover, Dankeschön für den Weesup im 13. Monat. Schon so spät. Kein W. Tatsächlich, halb 10 schon, ne? Auf Peanut vergeht die Zeit echt schnell. Und auf Peanut ist auch kein richtiges Kreis, der Peter. Das ist lustig. Und Red Ninja Turtle, Dankeschön für den Weesup im neunten. Red Ninja. Ah, nicht vor Turtle, sondern Red Ninja. Okay. Und Philipp, Dankeschön für den Prime im zweiten. Bestes EP, danke. Und Justin HSV, Dankeschön für den Weesup im vierten Monat. Aber nur der HSV. Und Anu für sich, Dankeschön für den Weesup im zehnten. Und der ist acht Dreiber, Dankeschön für den Weesup im siebenundvierzigsten. Ich würde auf jeden Fall das System neu machen, Alter. Auf jeden Fall. Könnte auch längst wieder laufen. Also System aufsetzen, außerdem ist das, wie ist das englische Wort nochmal dafür? Selt a fight. System neu aufzusetzen fühlt sich echt geil an. Ich bin halt nur... Ach komm, jeder kann System neu aufsetzen, Alter. Das kann selbst ich. Und President Hangover, Dankeschön für den Prime. Im siebten. Genau, und wenn du ein Windows Key brauchst, frag mich, ich hab noch 20 Stück. Oh mein Gott. Boah, ich wurde nicht beklaut. Warum hab ich denn das Auto nicht abgeschlossen? Ich bin halt schon drüben. Okay, aber ich bin ein zu ... Oh, dear. Und dann kannst du ... Okay. Oh, okay. Oh. Oh, okay. nein ich bin schon seit acht stunden 36 minuten du bist aufgestanden ja ist halt wirklich so einfach alles formatieren und fertig aber ich hatte den fehler auch mal ich weiß nicht mehr genau ich musste glaube ich komplett gta neu installieren um das zu beheben vielleicht solltest du den computer mal richtig richtig neu starten nicht nur mit herunterfahren sondern nachdem beim bruder er zieht sie die folgende wichtigste auf dem handy rüber oder usb stick abfahrt ich weiß nicht mehr was genau war ich bin mir echt nicht mehr sicher kein guter bürger steck märm märm Du gehst so traurig. Nö, ich bin traurig. Das geht ab, Eichhörnchen. Machst du dem Papa ein paar Fritten, klar? Aber selbstverständlich. Ich bin nicht solo unterwegs. Wir können flirten, wenn du Bock hast. Und Aragon. Sag mir Bescheid, wenn du verlassen hast. Ja, Bescheid. Hast du Schluss gemacht? Ja, war so ein beidseitiges Ding, ne? Hast du gut gemacht. Ich bin stolz, dass ich mich... Ja, oder? Danke, danke. Hast du echt gut gemacht. Ach, wie können wir denn mit einem Typ zusammen sein, der Aragon heißt? Weiß ich nicht. Was geht, Jiggy? Machst du mir ein paar Fritten und ein paar Burger? Ja, wie viele denn? Und Tengepänchen? Dankeschön. Entscheide du. Heute bin ich wild unterwegs. Uiuiui, na okay. Dann entscheide ich. Meine Frau hat Durchfall. Das tut mir leid. Ich freue mich. Bitte, wenn der heißt Aragon. Warum freust du dich? Das ist gemein. Ihr Ex-Freund heißt Aragon. Boah. Eichhörnchen. Aber ich habe gehört, dein entwickeltes Mal. Das ist Eichhörnchen. Eichhörnchen. Anscheinend bin ich Eichhörnchen. Ja, die macht dann also... Mach ich gar nicht. Dann ist das aber neu. Aber die macht das nur, wenn die Fingernägel kaut. Ich kau keine Fingernägel. Tu es doch wohl. Guck dir an. Guck dir an. Guck dir an. Trenn da an. Voll schön. Geh mal eine Burger machen. Ja, kann man. Danke. Ich würde mir das schon gerne angucken. So rauch, oder? Süße. Boah, wäre es denn der gut aussehende Typ da hinten? Mhm. Das ist doch der... Ich habe seinen Namen auch vergessen. Wollen wir das? Süße ich auch den Namen. Soll ich für dich nachfragen? El Capitano. El Presidente. Ach ja, Presidente. Was geht? Der Nächste, ich sitze. Willst du was essen? Ich habe was. Kann ich auch. Teilst du? Boah. Kannst einen Muffin haben. Boah, so fresh. Aber schon weit bist du dir, ne? Nächstes umsonst. Toyota. Was geht? Funky fresh sieht aus. Wo ist denn dein Buttercremetörtchen? Der Durchfall. Super. Ja. Oh, da kommt Onkel Dieter. Da ist der Muffin. Danke. Ich sage kurz Hallo. Ich habe auch die Toastie schon gesehen. Hallo Onkel Dieter. Hallo. Na? Na? Wurde ich mit dir schon gesprochen? Nee. Doch gestern hat der Sheriff meinen Aussag aufgenommen. Detectives. Auch. Auch? Mehrere. Zwei Stück. Und lag der Lutscher, oder? Ja, ich glaube, ja. Der war im Krankenhaus. Auf dem Ohr nicht gebröt hat, den Loser. Von rechts, oder? Nee, von links. Wie kannst du? Ich hatte Angst. Das ist ja selbst von links. Das hat geklappt. Na du, hübsches Kind. Das geht. Danke. Und du sagst, ich mache immer. Mach so, du bist ein Eichelchen. Das stimmt. Sag mal Hallo zu meinem Onkel. Hallo Onkel. Kannst du mich auch Daddy nennen. Oh mein Gott. Nein, mach das bitte nicht. Meine Frau ist nach vorne. Nee, mach ich nicht, okay. Was bekommst du? 460 Dollar. Ich habe Onkel Dieter zahlt. Onkel Dieter zahlt. Onkel Dieter zahlt, alles klar. Ich habe heute Geburtstag. Echt, hast du wirklich? Ja, klar. Echt, top. Ja, doch. Hast du mal einen Ausweis? Versprochen. Versprochen ist gebrochen. Wiederholen ist gestohlen. Nein, ich habe keinen Geburtstag. Du lügst mich also an. Top. Ja. Wie dein zukünftiger. Ähm. Was bekommst du? Ja, immer noch 460 Dollar. Kann ich bar bezahlen? Kannst du auch, wenn du möchtest. Ich habe heute gut Kaffee gemacht, ja. Ui, krass, danke. Kein Problem. Lass dir schmecken. Den Rest kannst du behalten. Oh, mach ich. Tu es in deine Spardose. Das ist bestimmt weit rein. Was war ich denn hier so? Ist der Tee fertig? Ja. Oh mein Gott. Hast du mir jetzt einen Muffin gegeben? Klar. Einen Blubbel Muffin. Ihr willst ein paar Pommes? Boah, ich mag Pommes. Halt die Klappe, du kriegst nichts. Ah, wo kommt das her? Aus meiner Hosentasche. Was hast du da drin? Einen Vogel. Den muss ich unterschreiben lassen heute von OG Toasty. Die soll auf einen Vogel unterschreiben? Ja, für meinen Frau Twinkie. Boah. Das ist ja irre. Bist du heute auch beim Boxkampf? Klar. Boxt du auch? Nö. Warum? Ich bin kein Boxer. Warum? Dafür bin ich zu alt. Bist du voll muskulös, du strammer Bursche, du. Boxt du? Bist du verrückt? Wieso? Ich würde nur mich prügeln, wenn es um was Wichtiges geht. Ein Preisgeld? Nein. Nichts Materielles. Süßigkeiten oder so. Süßigkeiten sind Material. Nö. Doch. Die sind so langen Material, bis du die gegessen hast. Ach, komm herauf. Bist du? Sieh mir nix vom Scheimgleister, du. Mö, Kleister. Hast du einen Hund oder eine Katze? Äh. Mahlzeit! Mahlzeit! Das ist grafisch. Wann ist der Boxkirch? Um 23 Uhr. So, später? Ja, oh mein Gott. Vorsicht! Guck mal. Ja, mach Hose auf. Nee. Ach so. Da soll ich gucken. Ich hab zwei Waffen dabei für Cambo heute. Oh. Aber das ist doch nur so ein Elektroschoker. Nee, da über. Ah, da ist sie. Das sind drei. Ist das nicht, nennen wir das nicht Akimbo? Nee, ich bin der Reaper. Ich mach dann mein Ulti. Zwei Knarren in der Hand und den Taser im Mund. Stürb, stürb. Was? 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 Zwei Knarren in der Hand und den Taser im Mund. Ja. Ach, scheiß auf Taser. Ich schieße lieber. Ich muss mir nicht so viel Schmerzensgeld zahlen. Onkel Dieter, ich nehm dich beim Wort, ne? Was denn? Ja, wenn du mir jetzt als Polizeibeamte sagst, ich schieße halt, dann mach ich das auch. Bring's vom Dach. Nee. Wer soll das aufwischen? Nimm ein niedriges Dach. Von einem Auto oder so. Bist du verrückt, wenn ich da hochkomme? Ich steck dir den Finger im Hundearsch. Bist du bescheuert? Ich denk, du nimmst mich beim Wort. Nee. Das macht man nicht. Aber was Selbstverteidigung? Ach, Selbstverteidigung? Ja. Dann fragen Sie mal den Kollegen rechts neben Ihnen. Er hat auch mal meine Selbstverteidigung kennengelernt. Ja, das stimmt. Ja, Reflex hat gezogen. Was hat Onkel Dieter mit dir gemacht? Da hab ich angeschossen. Hat er dir einen Po gefasst, als er dich verhaftet hat? Nee, ich hab ihn angeschossen. Ich bin reingekommen, hab ihn gesehen. Warum hast du den Biggie angeschossen? Weil ich reingekommen bin, dann hab ich ihn gesehen. War Reflex. Also Angst. Kann man sich schon mal erschrecken? Du schießt jemanden, weil du dich erschreckst. Nee, weil ich ihn gesehen habe. Du darfst aber nicht auf ihn schießen. Aber Peanut, das ist nicht stimmt. Ich krieg jetzt lebenslang kosten und so Donuts im Biggie. Ach stimmt, hast du erzählt. Schießt mich an, schießt mich an. Wieso? Du Peanut, ich hab mal eine Frage. Ja, dann nimm sie und holen sie ihn ab. Wie ist das mit dem Gehalt beim Taxi? Du fährst Taxi und dann bekommst du... Ja, dann kriegst du sie dann an. Ja, wegen der Austausch. Nein, ich muss sie dann an. Also jeden Freitag machen. Jeden Freitag. Ich hab ihn außerdem angeschossen, weil ich so dumm war, mit einem Notizblock und einer Waffe in der Hand zu schreiben. Und jetzt bekommt er lebenslangen Donuts? Ja. Dann schmeiß ich mich nächstes Mal vom Polizeiauto. Dann bekomm ich auch welche. Soll ich nochmal schreiben? Echelnummer. Bitte nicht in meine Richtung, danke. Ach so. Kai, bist du verrückt? Kein Problem, die ist gesichert. Mal kurz Toilette. Die war auch gesichert. Das ist deine Frau? Ja. Hast du gerade gesagt, die soll plätschern lassen? Ja. Geh auch gerne wursten. Nicht, Sherry. Die kamen letztens auch so. Scheiße. Ich hab, glaube ich, Kacke gebaut. Ich saß so gekackt. So, Herr Besowski. Bin ich Besowski? Naja, eigentlich schon, aber... Frauen machen das nicht. Die Frauen haben immer so gut. Das sind die zwei Tierburger für ihren Doggo. Für welchen Doggo? Der läuft gerade rein. Der ist auf Klo. Ach. Ach so. Haha. Und die vierte Cola. Dann krieg ich einmal 320 Dollar von mir. Aber der hat so hübsches Fell, das Hunde. Ja, der trinkt bestimmt Oil of Oil of. Ähm... Ja, nimm sie das. Oh, scheiße, fein gelassen. Warten sie mal. Scheiße. Na, ich heb's auf so. Da kriegen sie es nochmal. Ich kann es nicht aufheben. Okay. Muss ich. Ja, okay. Oder stellen sie die Rechnung aus und nennen sie das als Trinkgeld. Das ist ein durch den Bodenkugel gefallen. Das wäre besser, ja. Ja. Der Bündel. Ich hab's wieder aufgehoben. Mit deinem Arsch. Fair. Da wird's fair auf alle aufgeteilt. Sie haben nicht gesagt, wie viel? 320. Die haben 10.320 eingegeben. Ja, weil ich ihnen doch jetzt ihre 10.000 zurückgebe. Und dann wird das für uns als Trinkgeld angerechnet. Ich hab's ja kein Wagen gegeben. Ich nehm's auch so. Also, ich hab da kein Problem mit. Aber so wär's dann fair für alle. Ja, hier. Ist okay. Benommen Sie das auch noch als Trinkgeld. Ah, nice. Ich glaub, dafür ist das für die Geld nicht. Die haben alles. Sonst noch was? Nee. Sonst hat das gut. Aber meine Rechnung will er nicht zahlen von 400 Dollar. Kann ich doch. Hab's doch gesagt. Ich hab's schon bezahlt. Kann ich nachher wieder 5 Stunden Taxi fahren. Ich hab ein Auto und ich hab ein Haus. Was soll ich mit dem Geld anfangen? Ich versteh das schon die ganze Zeit. Habe ich auch Geld. So was sagt man nicht. Warum? Weil das sexistisch und das ist spektlos. Interessiert mich viel. Gegenüber ihrer Frau. Hier, Mali. Da ist er. Der Mali hat mal gehöpst. Oh, Feini. Ja. Hier, Burger. Ist Miu Miu. Ach, Mann. Lecker. Ach, komm. Ist auch Stimmbar denn nach vorne. Hat er eine Tür aufgemacht? Warum ist das so windig? Nee, der Mali hat dein Furz weggeschmissen. Hat er nicht. Ist das eigentlich so ein super special Hund? Kann über Autos springen und so? Der kann den Fisch finden. Fisch? Ali, wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? Mali, wo ist die Milch? Wo ist die Milch? Ach, so einer. Das gefällt mir. Ich verstehe das nicht. Hat der Hund auch ein Radio drin? Aber ja. Radio nicht. Mali, kannst du Auto fahren? Kannst du Auto fahren? Hat der Hund auch eine Waffe? Sein Mund? Wenn man Peng sagt, fällt er dann nach oben? Nee. Aber Co3 kann... Der hat aber eine GoPro, ne? Ja, aber nur eine ganz kleine. Feiner Mali. Feiner Mali. Nein, aber kann der so über den springen? Er kann Sirene. Er hat verschiedene... Mali, Co3. Mali, Co4. Oh Gott. Geht's dem gut? Ja. Mali aus. Mali sitzt. Mali Platz. Oh mein Haar. Ja. Das müssen wir dem Lippen aufbauen wollen. Ich glaube nicht. Also beim Mops wird es eher schwer. Ich bin ein bisschen stur. Mali, Co6. Alter, 4. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ah? Onkel Dieter. Ja. Auf mich dazu zu verleiten. Du hast doch schon geschwitzt, wie ich angepappelt bin. Oh mein Gott. Ich darf nicht. Ich darf nicht. Ganz ruhig spielen. Who left the dogs out? Oh Haar. Aber unser Papa kann dir auch gejauen, wo der Josch das eine gesassert hat, hat er uns auch gejauen. Ich muss nicht mehr wach, was du wachst. Der will mich immer schon kippen. Wir bringen einfach unseren Mops zu ihm in der Hundeschule. Ich glaube nicht, dass er das Brustverkotter hat. Ich glaube nicht, dass er das Brustverkotter hat. Hast du auf Toilette jetzt gegessen? No. Oh, die kommt so lang. Naschi, naschi aus der Schüssel. Nö. 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 Ich mach male. Mann, schweiß dich da, wo man schweißt. Ewige Kreise auf der Scheiße. Weil, kriegst du deine eigentliche Kacki? Ja. Ist das ein Polizeihund oder privat? Ein Polizeihund, ja. Aber ich bringe ihm immer Sachen bei, die nicht so gut sind für sein Polizeidasein. Er bringt dir nur den heute bei. Mann, wo ist der Fisch? Auf mich heute nicht. Er hört dich auf jeden. Ich glaube, der ist der Mali. Aber der Mali rennt doch manchmal alleine draußen rum, ne? Ja. Oder ist das ein anderer? Der kann auch Max sein. Da gibt es mehr Huskies, habe ich schon gesehen. Ja. Mali, wo ist der Fisch? Aber ich hatte noch ein Telefonat hier mit deiner... Zhang. Ying. Yang. Deine bessere Hälfte. Ja, mit Twinkie. Ja, ich weiß, da hast du im Auto heute, die dich angerufen hat. Ah, ach so. Okay. Da hast du ja alles gekriegt. Ja. Irgendwas mit Kackspalte und so. Ja, ja, siehe. Oh Mann, oh Mann. Aber anscheinend waren das alles Fehlinformationen. Der Typ gehörte gar nichts zu. War kein Mafrosi. War nicht? Nö, war eben so ein Trottel. Da muss ich keine Angst haben. Und er war im Krankenhaus noch, oder? Ja, und da haben die Sheriff auch seine Aussage aufgenommen. Hat er überlebt? Ja. Ging in die Kette, oder was? Weiß ich nicht. Ich hab Augen zugehabt, als ich geschossen hab. Okay. Ich bin zwar mit Rolle von links gepusht und hab immer nach oben gezogen, aber... Oh. Hingesehen hab ich nicht. Ah. Das... Schon wieder Halloween laufen über Skelette rum. Das war halt... Das war halt auch eine ganz komische Situation. Hab ich selten erlebt, sowas. Hm. Aber ich hätte nichts zur Waffe gegriffen, hätte ich keine Angst gehabt um mein Leben. Ja. Ganz klar, wo und wir. Lager halt, mein Gott. So, äh, ist, äh... Hab ich nicht irgendein Event genehmigt hier? Heute ist ein Boxkampf. Das ist heute? Ja, 23 Uhr. Ja, 23 Uhr. Ja, wir haben uns schon Karten gekauft. Ist doch quasi gleich. Wo macht ihr das? Ja. Das ist hier hinter uns. Hinter irgendwo. Ein Boxkampf. Das sind alle. Ja, ein Boxkampf. Gehen wir nachher rein, Sherry. Aha. Können wir nochmal weiter diskutieren, wer den Müll nicht rausgebracht hat. Gibt's Rückenhand? Aber das würde ich gerne sehen. Du willst verlieren. Du weißt ganz genau, dass dieser Fall so unnötig ist wie das Rot und Blau auf deiner Landesschlage. Du verlierst auf jeden Fall, Onkel Dieter, die hat schlechtes Kraftwerk. Noch. Da gibt es aber wieder ein bisschen... Nein, ich darf nicht. Was hast du gesagt, Sherry? Den geht aber nicht wiederhauen. Ich darf nicht. Ah, ja gut. Ich darf nicht. Kann ich mich mit euch unterhalten, bis der Dieter weg ist? Wer ist der Dieter? Onkel Dieter. Also wenn du den dazu bringst, dich zu boxen, können wir den rausschmeißen. Nee, der boxt mich nicht. Der nette Mann, der mir sehr viel Trinkgeld gegeben hat? Genau. Ah, der Wesowski. Der beleidigt deine Frau. Ja, das ist blöd, ne? Aber gut, es gibt halt solche Kulturen, ne? Kulturen? Das ist nicht lustig. Nee, guck mal, die stehen schon alle auf ihren Dächern. Aber hier passiert doch nichts. Hier passiert nie was. Hier ist ja auch... Hier ist doch Komi. Der will mich verleihen zum Kicken, Alter. Und ich will das nicht. Ich will der Peen. Der Renni? Wer steht auf welchen Dächern? Ach, die Hussler. Doch, die Asozialen. Die gehen da schon wieder alle. Für die Bömmel. Egal, wenn die auf dem Boden liegen, dreh dich doch persönlich drauf. Hallo? Ach, genau. Sie müssen Menschenleben schützen. Was ist das, Cherie? Was haben wir dich dabei gebracht? Oh, mach doch. Komm. Ach, seitdem sind sie die Französer. Jawohl. Sie müssen zuerst die weiße Flagge schwenken. Ach, klei die ruhig ab. Ja, alle töten. Nein, nicht töten. Einspirren. Gefängnis. An deinen Frosch verfüttern. Boah, der wiegt schon sechs Kilo. Hast du den eigentlich dabei? Ne, der ist im Teich. Oh, Junge. Ich fütter den mit Cheeseburger und so. Aber ich hab das ja dabei, warte. Komm raus, blöse Scheißding. Halt die Klappe, komm. Der Vogel. Guckt euch den an. Den muss ich heute unterschreiben lassen. Das ist die Male. Nein. Geh ab in den Tisch. Er ist weg. Das ist von Twinkie, der Vogel. Den musst du unterschreiben lassen. Twinkie hat einen Vogel? Hm, der hat so einen kleinen Wüchsen-Papagei. Den versteckt jemand in ihrem Dekolleté. Oh, weil er auch so krampelt. Da kommt die Gelegenheit. Wo? Der Juri. Er sagt, hallo, Herr Juri. Und schon wieder mit die Arme zahlen. Da ist auch die Tosti dabei. Wo? Die da vorne. Gar nicht. Doch. Ich seh keine Paparazzis und keinen Security. Wieso? Juri ist doch Security. Der Slava-Boot letztens überfallen und ausgeraubt. Slava? Ja. Hey, du Verbrecher, du. Hi, Giacomo. Ja. Wir müssen uns wieder anstecken. Wo sind meine Tickets? Ja. Warte. Ist alles bestellt. Stehst du auf der Liste? Ich komm da nicht rein. Ich hab Schlüsse zu Noten. Die Tür nicht zu groß. Dann liegst du nicht am Ticket, sondern an dem Türeingang. Die haben Doppeltür. Fett-Shaming ist so lustig in 2021. Willkommen in mein Leben. Ich bin dick und hab einen Oberlippenbart. Ich hab ein bisschen Pflaumen unter der Nase. Das liegt daran, weil ich am Nutella-Glas noch genuggelt habe, weil ich den letzten verwohlen für alle 15 Prozent nächste Woche. Nee, am Wochenende. Max, mach mal ein Give-Away. Ich darf nicht. Hallo, Herr Nuri. Guten Tag, wie geht's dir? Der Rad hat mich schon wieder. Das F7-Menü. Nimm oben das oben. Das F7-Menü. Besuch mal lieber ein paar Klamotten aus dem Dev-Shop. Ich darf nicht. Soll ich zu dir kommen? Ein Klick. Nee, der M-O-Dus mit Feuer. Ich weiß, ich seh die Boxen. Ich hasse den. Warum? Weil der mich immer animiert, böse Dinge zu sagen. Kannst du sie böse Dinge nicht auch so sagen? Nein. Das ist bloß bei uns im Shop. Was ist das? Aber erst bald. Bis in zwei Wochen dann. Viel Spaß im Legas. Ja, komm. Es ist noch Suppe da. Der ist auch hier irgendwo. Ich brauch keine Konzentration. Was redet da? Ich muss mein Autogramm fesseln. Kann mal einer den kleinen Junge rausschmeißen? Das ist kein kleiner Junge. Ach so. Ähm, der sieht, ähm... Das ist Nila. Der sieht cool aus halt. Mach grad eine Autogrammskarte fertig. Für wen? Für sich. Für, 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 für Musik irgendwas. Musik? Ja. Jiggy tritt heute Abend bei dem Boxkant auf. Nee, nee, du musst Jack zeigen. Nein, Oji Toasty tritt heute auf. Das ist Oji Toasty. Das ist Oji Toasty. Geht ihr Autogramm holen? Aber ich... Der würde sich, äh, Trinki bestimmt freuen. Nein, ich hab Angst. Warum kannst du Angst? Komm schon für deine Frau. Die sieht so reich aus. Ich trau mich nicht. Jiggy? Nein. Ja. Ja. Ist das wirklich Oji Toasty? Ja. Wieder vorne mit dem grünen, ja, ja. Kann ich Nila und Lamm haben? Nee, also, lass sie noch Arbeit bitten. Wir haben gerade eine Stunde Fotoshooting gemacht. Wir machen gerade noch die Autogrammkarten fertig. Aber ich krieg versprochen, eins für Twinkie, ne? Ja, ja, ja. Ja, gleich mit dem grünen. Im Backstage. Die hab ich mich gerade zu dir geschickt, wegen der Klamotten. Was meinst du? Was für Klamotten? Ich sag, die hab mich gerade zu dir geschickt, wegen der Klamotten in meinem Laden. Ja. Ich such nämlich so einen Beteil, wie ich sie aufhabe. Für meine Freunde. Klau ihr das auch? Ja, nein, sowas wollen wir nicht. Welche Farbe? Welche Farbe? Äh. Der Denatop. Genau. Ja, ich weiß nicht, welche Farbe. Das muss ich meine Frau fragen. Du musst ja wissen, welche Lieblingsfarbe deine Frau hat. Rot. Rot. Ja, dann wird doch Rot passen. Ja, wie teuer ist denn sowas? 100. 100.000? Mindestens. Okay. Nee, ich muss das nicht ändern. 100.000 für so ein bisschen Stoff. Ja, ja. Das ist der eine Stoff. Manche bezahlen 100.000, um was nackt zu sehen. Das stimmt. Nee, weil dann muss ich das nämlich einplanen. Ihr macht einen Laden noch, Herr Zuse. Ja, wir haben einen. Okay, wo ist der? Junge, was ist hier mit dem Licht los, Alter? Ja. Hallo? Hallo, bist du der Superstar? Hallo, Tutman. Oh, hallo. Oh, du siehst kuschelig aus. Ja. Ähm, ich... Tut mir leid, ich kann grad nicht, okay? Ich muss... Ich muss irgendwas arbeiten. Ich hab nichts gemacht. Werfen für den Auge an der Tussi. Uiuiuiuiui, du hast dich doch noch nicht angesprochen. Ich hab nur gefragt, ob du die Superstar hast. Warum gibt's hier Superstar, oder was? Komm, man kann sich nicht... Also, vorhin hat sie gemeint... Sie hat vorhin gemeint, sie muss Autogrammkarten schreiben, wo Biggie so angesprochen hat. Habe ich ihm auch gesagt, aber er traut sich nicht. Das find ich jetzt unhöflich. Ja, ein bisschen schon hier. Der Biggie will dir ein T-Shirt kaufen. Vielleicht hat er sich doch getraut. Oha. Aber ich darf nicht petten. Ich weiß von nix. Nee, ich weiß von nix. Deine Lieblingsfarbe ist rot, ne? Ja. Okay. Aber ich trage ja keine roten Sachen. Welche Farbe willst du denn haben? Äh, ich hätte jetzt gesagt so schwarz, weil ich ja nur schwarze Sachen dann hab. Okay. Das wär cool. Keiner. Ich hab rausgefunden an die Farbe. Und diese Nila ist einfach weggerannt. Ja. Wie gesagt, die ist so beschäftigt gerade. Hab die... Deine Frau trägt gern schwarze Klamotten, hat sie gesagt. Ja. Ja, ich weiß. Hat sie... Äh... Hab ich vergessen. Schwarz. Eigentlich. Ist doch schwarz. Also rot ist ja fast kein Unterschied. Ja, das ist gleich... Nein, rot war eine meiner Lieblingssicht. Ich hab das verwechselt. Okay, also nehm ich morgen mal zu sicher ein schwarzes mit. Ja. Ich sag ihr das einfach und dann gucken wir... Biggie, Biggie, gleich gibt's Actionfiguren. Schnell. Ja. Ist noch Suppe da? Für dich immer. Gleich gibt's Actionfigurchen, ne? Ja, genau. Ist das hier die Schlange? Ja, hinten. Wo? Naja, die Schlange. Halt. Da bin ich. Hinter den Kippen. Der Herr ist aber erster. Ja, überrasch mich. Mir geht's auch gut, Bruder. Das ist die Juri. Das mag ich. Das ist Herr Juri. Der ist vorgestellt. Biggie? Ja. Was möchtest du? Äh, ein Burrito. Ja. Ein Chicken Burger. Yep. Wassermelon AST. Ja. Äh, ein Blaubeermuffin. Oh Gott, ja. Sonst nimmst du immer ein Twinkie, ja. Ja. Der nimmt heute voll komische Sachen. Was ist los, Biggie? Musst du mir Sorgen machen? Und du, Honey? Nee, musst du nicht. Ich nehm heute mal Bacon Burger. Ja. Äh, Burrito. Yep. Trinkgepäckchen. Yep. Pinkie. Und Apple Shake. Mein, mein Faust zu Hause. Alles klar. Mach ich euch drei schon mal fertig. Moment. Ich gucke die schon mal auf die Seite. Will der Feed den? Präbiert. Präbiert. Kommo ist das? Was? Was? Oh, was ist denn die schicke Goldkette? Das geht ja. Bekauft bei Discounter. Ist kein Gold. Warum hast du rote Strähnchen denn, Juri? Ich weiß es nicht. Irgendwer hat mich im besoffenen Kopf dazu überredet. Hast du mit der Klan übergefeuert? Nein, ich war im roten Meer unterwegs. Mit dem ganzen Kopf war es so. Da, du Ferkel. Oh, schickes Auto. Hallo, ich will Actionpüppchen haben, bitte. Hast du ihn nicht bestellt? Nö, Eichhörnchen ist der Garant. Du musst auf die Chipstüte warten. Ich dachte, ein Meerschweinchen. Auf die Chipstüte? Mhm. Was heißt das? Kriegen wir sogar 20% aus komplett Juden. Chipstüte ist dein Spitzname, Eichhörnchen? Eigentlich nicht, nein. Hat Amanda gesagt. Ja, der lügt. Du bist neu hier, ne? Verdammt. Einmal. Einmal 1000 Dollar sind das. Warte, erst gucken, ob ich meine Figur habe. Ich habe meine Figur nicht bekommen. Hol da das Püppchen her, du. Ja, hier. Du Püppchen. Jetzt wirst du Geld von mir haben, ja? Ja, bitte. Was war das, 1000? Ja. Boah, jetzt soll da wieder ein Bündel raus. Der Angeber. Ja, genau. Danke. Ja, wie immer halt. Ja, richtig. Danke. Komm jetzt ran auf den Meter, Eichhörnchen. Für ein Bandana, dass man sich umbindet, so ist 100.000. It's only game. Oh Gott, oh Gott. Why you have to be mad? Was ist das? Why you have to be mad? It's only game. Für ein Bandana, man kann es übertreiben. Es ist ein stinknormales Bandana. Kann ich auch mein Tuch nehmen, was ich um den Hals habe, um mir um den Wipf zu binden? Das will ich sehen, wie du das schaffst. Da zahle ich dir aber das andere. Abau. So. Eine für dich, Hanni. Danke. Oh, das habe ich heute voll viel Geldverlust gemacht. Das ist für kacke. Herr Nuri, wollen Sie mir irgendwas sagen mit Ihrer Position, wie Sie da stehen? Ich bin heute dran. Nein, warum? Ich weiß nicht, es sieht so komisch aus. Ja, das macht es nicht besser. Ist das jetzt besser? Ja. Dankeschön. Das sah ein bisschen einladend aus. So, Pina, was möchtest du denn? Ich will ein Püppchen. Ja. Und was für ein Menü dazu? Oder soll ich dir das so zusammenstellen? Nee, gar nicht. Eine Überraschung. Okay, top. Gibt es schon neue Püppchen? Weil es ist ja schon neu. Ist ja neu. Ja, ja. Neues Püppchen. Ja, ja. Kriegst du sofort einen Moment. Ein Choco-Shake. Ah, nee. Du parkst hier schon vor dem Laden, ne? Ja, ich stehe hier vorne schon irgendwo quer. Ja, Chef Cody. Wir müssen ein paar Parkplätze voll machen, dass wir nachher die Fahrzeuge dann wegfahren können, damit die Leute hier nicht alle parken. Das ist auch eine Idee, da ein, zwei Pounder hinzustellen, dass da keiner parkt, ne? Ja, einfach quer stellen, fertig. Ja, nee, quer sieht immer kacke aus. So, planiert aufgehauen. Dann können wir wegschieben. So, der Choco-Shake und einmal die Action-Figur. So, das bitte einmal 1000 Dollar. Nö. Bitte. Nö. Bitte, bitte. Okay. Danke. Ich zahle mit Karte. Okay. Dann einmal da. Perfekt, lass es dir schmecken. Wo ist mein Püppchen? Hab ich dir gegeben. Ich mein dich. Schreib mal meine Nummer. Hi. Am Anfang bist du draußen und sagst. Kann man schon da rein? Was ist denn das für ein Auto, Alter? Abgeschlossen. Was war ich? Irgendwas. Ich wollte irgendwas machen. Ich hab wieder vergessen. Ich muss meine Schwester kurzschreiben. Die hat nämlich heute einen neuen Job angefangen. Die arbeitet bei der Corona-Hilfe. Die hilft Menschen. Ähm. Wie ist jetzt ein Ärztes? Ich muss fragen, wie es da geht und wie es war. Hallo, Timmer. Geil, kann ich hier Drops bekommen? Ja. Ich wollte Püppchen verflicken gehen. Ich muss das wegsperren, sonst klaut mir das einer. Unser Black Dragon, danke schön für den Prime im 18. Kommt jetzt. 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 Warum kommst nicht? Warum kommst nicht? Und Drops sei Dank schon für den WeSupen fünften. Ah, jetzt. Und Flixer Dank schon für den Prime im dritten und Lubel Dank für den WeSupen fünften. Ja, mein Schwester wollte mithelfen, ne? An der Gesamtssituation im deutsches Land. Dass die Patti sich dazu entschieden, da hinzugehen. Jetzt. Und so bin Dank schon für den Prime im dritten. Es ist nur ein Game. Was machen so Tickets? Dann geht's los, Alf? Gleich. Entschuldigung. Ich fick euch beide, ne? Warum? Wir brauchen heute Abend die Kämpfer. Sonst rufe ich jetzt bei dir an, was ich gerade mache, und sage, ihr macht jetzt noch eine Stunde Piano. Was ihr nach dem Boxen macht, ist mir egal. Und ich fahre bei den Hassel vorbei, haue noch die Fresse und sage, ihr macht eine Stunde Piano, jetzt ist Boxen. Oh, schon wieder Asiziergespräche. Neue Empfehlung. Vicky, hast du schon ein Pöppchen bekommen? Klar. Ja, wir haben schon. Das ist sogar die neueste Ausgabe. Ja, vom Mai, voll geil. Ja. Ein kleiner Schwanz mit Augen dran. Versuch's. Oh. Ich hab's aber gerade mit dir gemacht. Eichhörnchen. Kommt, ja bitte. Was ist denn das für ein Pöppchen? Ich kenn das nicht. Ja, ein Actionpöppchen guckst du dir doch an. Ja, und was für ein? Nein, nein. Na, das ist aus dem Mai. Ich hab's Cody. Ich bin nur very important. Ja, was ist denn das für ein neues Actionpöppchen? Ich kenn das nicht. Das erkennst du nicht? Nö. Soll das sein? Komm her, ich zeig dir die. Okay. Ich hab die ausgepackt. Kann die die mitkommen? Ja. Ich will die auch sehen. Die ist ausgepackt bei mir im Büro. Oh ja, ich kann Pöppchen gucken. Ich bin ich aber mal gespannt, wie das rauskommt. Ich hab gesagt, dass du bei Corona-Ding gearbeitet hast. Und ich dir geschrieben hab. Und gefragt hab, wie war. Hashtag J-Lo. Jiggy, 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 Jiggy. Can you see? Wie viel du hast? Welche ist das? Unten rechts. Die mit dem K auf dem T-Shirt. Ach, das. Geil. Und welche war vom letzten Monat? Und wann kommt der Space-Typ da oben? Die C mit Auge. Die ist hier nicht drin. Der Space-Typ oben links. Ja. Ähm, der ist in den nächsten Monaten nicht dran. Wer vom nächsten Monat? Das verrate ich jetzt ja noch nicht. Dann ist die Überraschung ja weg. Ich will das goldene Äffchen haben. Der ist bestimmt der Letzte, der kommt. Ja. Aber es gibt bestimmt auch nicht viele davon, wenn der Gold ist. Das ist bestimmt super special. Das schauen wir mal. Aber die Figur ist genau so muskelös wie ich. Ja, da unten. Ja, ja. Box die euch beide nachher? Wenn der Boxkamp vorbei ist? Peanut gegen Biggie? Nein, wir sind Freunde. Aber hättet ihr ja einen Sumo-Kampf machen können. Nein, das kann ich nicht. Ich kann Peanut nicht wehtun. Ich kann den noch nicht töten. Oha. Wir sollen ja mit gebrochenen Fingern den Krankenwagen rufen. Aber die Peanut. Außerdem würde Peanut nicht... Na gut, komm, gehen wir nach vorne. Okay. Ich will Peanut nicht verlieren sehen. Peanut ist ein Siegertyp. Genau. Im Ring ist Pushen von rechts schwierig. Ich will dem Biggie seine Freunde nicht ausstammen, wenn sie merkt, was ein Lutscher das ist. Fleisch. Fleisch. Anleggen. Da war eine Fliege auf dem Fleisch. Geilig. Underground? Die sind ja eh alles hier. Gar nicht. Deine Haare riechen nach Zitrone. Ja, tschuldigung. Ich geh kurz mein Püppchen wegbringen. Ja. Ja, mach das. Der Gold in hinten. Platz, der Verdiener. Ja, der Giphy. Der Giphy sagt immer Fleisch. Wir ärgern den immer. Geküppchen, mein Püppchen wegschließen. Ich bin mal gespannt, ob wir die ganze Sammlung noch auf Unity zusammenbekommen. Und was es dafür am Ende gibt. Oder Slach. Slach. Boah, was ist denn hier los, Junge? Komm, Baxamba. Tich. Ula, es nicht. Hallo. Hola. Ula. Hier ist gefährlich. Sie dürfen nicht alleine hier sein. Ich bin doch gar nicht alleine. Sie sind, oder? Stimmt, ich kann sie beschützen. Sie. Sie. Sie, sie, ja, ja, sie, sie. Ich muss mein Püppchen wegschütteln. Was, ihr Püppchen? Ja, meine Actionfigur von Cody. Ah, oh, hat er die mittlerweile bekommen? Ja, schon im zweiten Monat. Oh. Muss ich mal vorbeifahren. Machen Sie ihn hier so vermummt. Ah, Motorrad gefahren. Ah, das kriegt man damit, kein Fliege im Mund kommt. Si. Ei, Papi. Das schmeckt nicht so. Wie geht's dir im Mund? Wie geht's dir? Sehr gut. Sie sind voll süß. Leider bin ich verheiratet, sonst würde ich jetzt nach Luma fragen. Alles gut. Bye, bye. Adios. Adios, amigos. Muchachos, grazie. Tschüss, Emlika. Ich liebe dich. Ich hab nix gemacht. Ich bin halt alles gut. Das ist easy. Okay. Es wird mich nicht von rechts zu pushen, Jungs. Ich danke euch. Eier Freund ist hingefallen. Du darfst auch mit. Was hat der gesagt? Ach ja, die haben Stress. Stimmt, die knattern gegen Bomben. Oder? Oder ist das schon wieder vorbei? Ach so, ich darf auch mit. Jawohl, ich würde ihre Karte erst mal pushen. Dann fangen wir mal provokanter Dom. Vielleicht schießt mich ein an, dann muss ich mich verteidigen. Kriegt der Schnuppi erst mal ein Brett. Boah, das wäre übelst Kekler, Alter, wenn ich hier mit pushen würde einfach. Ich würde es feiern ein bisschen. Oder mach ich mal so ein paar? Peng, 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 peng. Ich bin irgendwie froh, dass ich das nicht mehr mitmachen muss. Boah, was ist denn hier los? Ich muss mal gucken. Jetzt sag nicht, dass die Unikern heute auf. Alter Schwede. Und ich glaube nicht, dass die mich einfach gespülen, oder? Ah, doch, haben wir. Was ist das hier? Das mit Curtis ist das, der P ist zu Ende gespielt. Wir sind mit Curtis noch unterwegs, keine Sorge. Für die Leute, die das letzte Mal nicht gesehen haben. Wir machen aber mit Curtis und mit Jack zusammen und mit JFK und Mila und Giffy. Ist auch manchmal da, machen wir einen Klamotten-Shop auf Unity. So als Event-mäßig. Wir verticken mit den Custom-Klamotten und so. Als Aufgabe für den Server, ein bisschen Geld vom Server zu holen. Und mit dem Geld machen wir auch selber nichts. Das wird alles weggeschmissen und gedeletet. Aber an sich ist das Gänge-P zu Ende. Hm, Demma zockt andere Sachen. Hallo, bist du der Superstar? Hallo und Freunde. Nicht wieder weg sein, ich tu nix. Tut mir leid, ich muss dir was vorbereiten. Gut, da muss man beinahe. Ich bin Nila, hallo. Nein, ich suche, oh, die Toastie. Oh, das bin ich auch. Du kannst nicht, oh, die Toastie und Mila sein. Nein, oh, die Toastie ist so was wie, wie sagt man, wie meinen Künstlernamen. Meine Frau, die Twinkie, die ist dein größtester Fan. Aber die kann auch nicht hier sein, weil die hat Durchfallen. Oh, gute Besserung. Ja, sag ich dir. Die möchte gerne ein Autogramm haben. Ein Autogramm? Ja, und ein Schlipper von dir. Oder eine Zahnbürste. Oh, meine Zahnbürste kann ich gleich wohl holen. Soll... Und, ach, warte. Ja? Ähm, komm raus. Komm raus, du scheiß Drecksvogel. Komm, ja, guckst du dir an. Was sollst du unter... Guckst du dir an. Pass auf, der beißt. Pass auf. Oh Gott. Pass auf, hi. Der beißt, pass auf. Den sollt, kannst du den... Kannst du den... Au. Scheiß Drecksvogel. Oh Gott, oh Gott. Kannst du den unterschreiben? Das ist von meiner Frau Twinkie da. Oh, ich tue den Taschöl da rein. Aber wie soll ich denn auf den Vogel unterschreiben? Ja, ich hätte gern, ähm... Ja, mit einem Füller wie sonst. Mit einem spitzen Füller. Und, ähm, was ist denn noch? Das geht nicht auf dem Vogel. Aber ich kann eine Karte für sie fertig machen. Und dem Vogel. Und dem Vogel. Unterschreiben. Wenn doch kein Vogel unterschreiben. Und wie die neue Ecke ist. Ja, gewohl. Aber wie? Mit einem Füller. Was war denn das? Was war denn, Anfall? Hey, warum bist du so gemein? Entschuldigung, ich wollte nur fragen, ob es dir gut geht. Was haben wir zu dir gemacht? Ja, ich lache. Warum hast du keinen Security-Superstar? Oh, brauche ich nicht. Da kann man dir auf schlechte Idee kommen und dich entfüllen. Nein, ich bin ein Superstar und ich gehöre zum Junkie-Park. Hier, bitte schön, für deinen Twinkie. Danke. Was steht denn da drauf? Und schlägt den Zelt mal aufs Handy, damit ich da vernünftig gucken kann. Ja, was sammeln, das muss man einfach am Ball bleiben. Oh. Oh. Nein, das... Hey. Oh, hello, da. Oh. Das ist Dankeschön. Kein Problem. Da wird die Dicke sich freuen. Aber du bist doch auch ein bisschen dicker. Ist dir auch so kuschelig? Das sind heißen, du Klappergestell, du. Pass auf. Tut mir leid. Kannst du noch dem Vogel unterschreiben? Und deinen Zahnbester holen, bitte? Ich kann meine Zahnbester kommen. Oh, der sagt, komm. Hey, du darfst erst rein, wenn man dein Barcode aus dem Hinterkopf geht. Ja, aber ich... Der sucht die Aliens. Oh, das ist eine von dem Men in Black. Wo ist das Mädchen? Der hat aber so... ...gegen, hat die gesagt. Der hat sein Blitzdings vergessen. Ich muss da mit. Ah, die ist doch da hinten. Ja, aber ich traue mich nicht. Die ist ein Superstar. Was ist, wenn die sich verliebt? Der hat mir schon ein Autogramm gegeben für Twinkie. Auf den Vogel drauf? Nee, dem will sie nicht unterschreiben. Wie, warum nicht? Weiß ich nicht. Die sagt, das geht nicht. Wie, natürlich geht das. Ja, dann sagt er das mal, du, als ihr Kumpel. Hält das mit dem Stift nicht? Ich hab gesagt, die soll einen Füller nehmen. Du kannst doch eine Spraydose nehmen. Ich hab aber keine. Ich hab nur meinen Lami-Füller dabei als Grundschule. Boah. Mila. Ja? Kannst du den Vogel unterbreiten? Aber wie unterschreibt man einen Vogel? Ja, wir haben doch Spraydose. Okay, das kann ich machen. Dann musst du den gut festhalten. Ich hab aber keine. Nimm einfach so eine Spraydose von Curtis. Hier im Ort, die Arme sprühen. Hier, nimm. Okay. Halt den fest. Nein, nimm den. Nimm den. Nee, ich kann den festhalten. Der beißt mich. Nimm den. Nee, du musst ihn halten. Nimm den. Nee, du musst ihn halten. Du musst ihn festhalten. Aua. Du musst ihn festhalten. Der beißt mir in den Finger. Nimm den. Gif, du musst ihn festhalten. Aua. Ich kann den nicht festhalten. In eine Tasche. Guck mal, mein ganzer Finger ist blutig. Haha. Du musst ihn festhalten. Mein Finger brauchen jetzt. Du musst ihn nur mal pusten. Der Pflicht ist auerweig. Oh mein Gott. Wenn die Twinkie das weiß, dass du mir auf den Finger gerutzt hast, ne? Da ist ein Raumschiff. Oh. Da, da fliegt das Aua. Das hat das Aua mitgenommen. Tschüss Aua. Weg ist es. Da ist kein Raumschiff. Doch, das ist jetzt ein Outer Space mit dem Aua. In Otters. Ich mag Otters. Tschüss Aua. Tschüss Aua. Nee, mein Finger tut immer noch weh. Mach's gut Aua. Auf Wiedersehen. Hast du eine Spraydose? Ja, Caro. Hast du deine Zahnbürste? Ja. Kannst du die haben? Ja, hier bitte schön. Warte, ich hab extra so eine Tetra-Dingstüte mitgenommen. Was schreit? Kannst du die dabei nehmen? Die wollte keinen Kamm mit Haaren haben? Ich weiß nicht, was die alles will. Bin eh kein Fan von dir. Oh, okay. Ich hör Techno. Oh, ich hab aber auch Techno. Geil, Techno. Machst du auch Techno? Ja. Techno, dann bin ich Fan von dir. Kannst du die Zahnbürste noch reintun? Äh, ach so, ja, Caro. Hier, bitte schön. Danke. Was ist jetzt mit dem Vogel? Du musst den festhalten, sonst kann ich nicht in Ruhe machen. Ich hol den jetzt raus. Okay, ich bin bereit, okay? Okay. Gut. Schön festhalten. Schön festhalten. Mach dich bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit. Komm, 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 komm. Okay, okay. Okay, okay. Oh, schnell. Oh, G. Oh, G. Oh, G. Oh, G. Das ist kein O, das ist ein Ö. Oh. Der will wegfliegen. Oh, ich hab's fertig, fertig, fertig. Schnell in die Tasche. Geh rein. Geh rein. Dankeschön. Ein Problem. Können wir jetzt noch ein Foto machen? Ein Foto können wir auch machen. Wo ist mein Starfotografin? Weiß ich nicht. Der ist drin. Super. Hast du ein Selfie-Stick? Ja, oder so. Dann hol den mal raus. Ja, hol den ganz schnell. Ich hab keinen Selfie-Stick. Ich hab nicht mal eine Kamera an meinem Handy. Okay, wir holen, wir holen einen Star. Du holst mal einen Starfotograf. Ja, dann brauchen wir noch Kuh. Okay, Kammer auf dem Handy. Kannst du das Foto auch unterschreiben? Die ist komisch, ne? Wo ist die jetzt hinten? Da. Worum? Was ist mit der? Man weiß das nicht so genau. Die ganzen Rapper nehmen alle Drogen. Ich glaub, die hat ja einen Termin beim Waffelarzt verpasst. Oh, ich mag Waffeln. Mh, Waffeln. Es ist so komisch. Peace, peace. Frau OG Toasty, geht's Ihnen gut? Ja, ich mach mich bereit für ein Foto. Aber ich bin nur noch gar nicht da. Mh, na kommen Sie da her. Ich hab irgendwie Angst vor Ihnen. Das wird schon. Keine Sorge, ich bin lieb eigentlich. So, hab den Starfotografen besorgt. Oh, Herr Juri ist der Fotograf. Ja, mein Starfotograf. Der hat die Branche gewechselt. Wir brauchen aber Licht. Ja, da vorne ist Licht. Kann jemand mein Doppelkind wegfotoshoppen? Ich hab auch einen ganz schwitzigen Rücken, nachdem ich mit Nintendo Wii gezaugt hab. Anna, das ist los. Ist hier gut oder wird es zu dunkel, wenn es Licht von oben kommt? Ich brauch eine coole Pose. Nee. Nee, so ist nicht gut, ne? Fack die Waffe rein. Oh, oh mein Gott. Oh, hey. Oh Gott, oh Gott. Oh, nee, das nicht. Kann man so tun, dass... Mann, wie es dir lieb ist, okay? Bleib ganz entspannt. Oh, okay. Dann so. Okay. So macht Schwinkie immer. Was, du piekst. Okay, ich mach's so, okay? Das sieht mir cool aus. Du musst den umarmen. Oh, oh, oh. Nein, ich bin verheiratet. Ich wollte schon immer einen Verschlägen. Mann, umarmen. Oh, bin ich am Stinken? Spricht du mich mit Leo ein? Ja. Tut mir leid, ich wollte heute duschen. Wann kommt der... Wann macht der das Foto, der Herr Nuri? Hallo? Hallo? Er ist dabei. Der riechst gut. Ich hab grad gepupst. Wie kannst du sagen, dass ich gut riech? Der ist schon weg. Wie sind deine Fische noch? So. Nein, der ist noch in der Hose. Ich spür das, weil es warm ist. Halt's raus, schüttel. Ich bin nervös. Oh, halt die Klappe. Oh mein Gott. Ich dachte schon mal langer. Wird jetzt noch ein Foto geschossen? Wir haben schon 40. Okay. Kannst du auf dem Foto noch rundschreiben? Ähm. Ja, bestürben. Für Twinkie? Kannst du da auf Rückseite per S. Gebt Peanuts dein Geld wieder zurückschreiben? Ähm. Wie hat dein Geld? Ähm. Die schlägt mich und nimmt immer mein Geld weg. Oh. Wir haben vier gemeinsam. Warum wirst du geschlagen? Ja. Warum sagt deines Security nichts dazu? Weil's mein Freund ist. Wer? Der Curtis. Boah, immer höre ich manchmal den Namen. Ich hatte meine Frau Curtis genannt. Die Alex aus dem Krankenhaus. Den Namen hört man einfach überall. Da. Voll dumm Kopf, Name. Ja, ist okay, Alter. Peanuts. Peanuts ist das Shit. Arzt du? Kann ich jetzt meine Arme wieder normal machen? Ja. Natürlich. Entspann dich. Was? Entspann dich. Mach dich locker. Hier, Mila, guckst du mal. Ähm. Nee. Noch nicht. Und du hast heute einen Auftritt? Ich hab heute einen Auftritt. Ich bin ganz schön nervös. Ach so. Mhm. Also Zahnbürste, hab ich schon eine Autogrammkarte, Foto, fehlt noch ein Schlüpper. Ein Schlüpper? Meine Frau Twinkie hat den ganzen einen Tag für dich gebaut. Die hat sogar versucht, dich zu klonen. Was? Ja. Die ist ja schick. Imitiert die die immer? Ja. Die kauft doch deine Dessous. Hm. Die kauft doch allein? Ja, mit einem Bein. Okay. Meine Frau ist nämlich dick. Frau Olji Toasty. Das ist nicht schön. Hauptsache ist, sie fühlt sich wohl. Und die stimmt. Ja. Wirklich? Nein. Vielleicht solltest du... Vielleicht solltest du... Mein Twinkie ist mein bestester Schatz in meiner ganzen Welt. Ja, das ist wichtig. Also soll ich darauf auch unterschreiben? Ja, kannst du da hinschreiben für Twinkies Eitar? Und PS, ähm, sei lieb zu Pina, bitte. Ohne das, bitte. Ohne das, bitte. Ich glaube, ja, vernünftig du... Pina muss eigentlich deinen Freund. Der Pinsel? Ja. Weiß ich nicht. Der ist gestern einfach weggerannt. Ja, war der schon wieder an zu viel Autos dran, ja? Bestimmt im Gefängnis. Was ist mit seiner Karte? Ja, weil... Oh, ich könnte jemanden mitnehmen, ne? Ja, dann kannst du jemanden mitnehmen, wenn der nicht kommt. Wen soll ich denn mitnehmen? Ich hab nicht so viele Freunde. Omi, geht nicht am Telefon. Du weißt denn hier mit Willi? Willi ist doch Ansagenmacher heute. Ach so. Du kannst bei uns sein. Ich hab nicht so viele Freunde. Vielleicht hat Big... Warte, ich fragte Biggie. Vielleicht hat der noch keine Karte gekauft. Geht nicht am Telefon. Ja, aber meinst du, der geht ohne seine Frau dahin? Ja, aber vielleicht haben die Karten gekauft. Dann kann der eine wieder erstatten lassen. Ach so. Aber der geht nicht am Telefon. Der wird nicht, dann soll ich sein. Ich glaub, der stand im Laden, ja. Okay. Ich glaube, ich hab's gut hinbekommen. Ja? Ja, Moment. Du brauchst echt lange zum Unterschreien. Oh mein Gott. Warum schreien sie? Hat jemand von euch auch einen Frosch? Nee, der hat geschickt. Klar, Jack hat einen Frosch. Ja, da war er. Ja, einen Teerfosch. Was? Teerfosch? Ja. Das ist eher so eine Kröte. So ein Klumpen. So ein Kröte? So was, wie wirkst du hier ausprobieren? Ja, bitteschön. Dankeschön. Du, wie du, Rain, von euch. Du, wie du. Hey, du kennst mein Lied. Ja. Sei immer lieb. Dankeschön. Gefällt dir? Ja. Dann wird die mich jetzt lieb behandeln. Fällt mich, wenn ich kölne. Köln! Ja, der Dexus hat einen Köln-Semont gemacht. Warum auch immer, Alter. Ich hab ein Autogramm bekommen. Oh Gott, Alter. Peanut. Von OG Toasty. Achso, von der Mila. Nee, wir sind ein bisschen creepy. Heute Abend? Ja. Hallo. Die verfolgen mich schnell weg. Hallo. Hallo. Besetzt. Hey. Warte, ich hab ihn nicht mal gesetzt. Du bist ganz klein. Boah, nee, da geh ich nicht rein, wenn du da drin warst. Heuer. Da hast du bestimmt eine Stinkbombe hinterlassen. Gar nicht. Doch, ich geh. Ich tauch mal ein. Ja. Hier geht's, hier geht's. Boah, das stinkt hier. Hey, kannst du mich rein da drüben? Ja, kannst du bitte leiser kotzen? Danke. Ich will in Ruhe scheißen. Nee. Boah. Ich setz dir gleich einen Kackhaufen auf den Kopf. Komm, wir machen Schiffe versenken. Hey, du lass mal. Habe ich getroffen? Habe ich einen versenkt? Ja, komplett alle. Alle? Mit nur zwei Bomben? Oh, der Maiskolben-Scheiße. Ich bin nur so klar, aber auf anderen Händen ist es leider. Du musst pinkeln. Oh mein Gott, wo kommt der Vogel her? Nur Minipatri hat Fiddy to Santi gesegnet, sei diese Toilette. Alter, ich muss auch. Macht mal hin. Oh mein Gott, bin ich am schwitzen. Hoi. Oh. Oh. Was, hier ist es auch besetzt? Oh. Komm ruhig rein. Nee, danke. Lass mal her. Ich hab gern ein bisschen Unterhaltung. Oh. Es drückt dich. Ich stehe hier schon auf Zehenspitzen, Alter. Ich bin gleich fertig. Oh mein Gott. Oh. Oh, oh. Die Spülung funktioniert nicht. Super, Alter. Hast du mir scheißegal? Ich muss trotzdem. Halt dir lieber die Nase zu. Oh mein. Die Spülung funktioniert nicht. Kennst du Jurassic Park am Anfang dem Film? Oh, das ist schon lange her. Dieser Riesenhaufen von dem Dino? Ja, Mann. Das ist ein Scheiß gegen meinen. Guck's dir an. Warte, ich geh guck. Das sind locker 27 Kubrick. What the fuck, Alter? Das hast du gemacht. Das ist mein Kind. Scheiß drauf. Liegt ein bisschen Klopapier drüber. Sieht keiner. Ja. Sieht auch schön schön an. Ah, ich geh ihm chillen. Ja? Da ist was passiert auf der Toilette. Stop. Ich schick den Praktikanten gleich hin. Okay. 10 Burritos. Genau. Ach, scheiß drauf, Digger. Scheiß drauf. Bika, danke schön für die Wieser im 25. Monat. Dafür war das gerade was denn? Wichtige Scheißseppier hier. Ja, Chris, Eltern. Ja, nee. Ah! Oh. Nichts. Alles gut, ich bin sicher. Ich war auf Toilette, ne? Du kannst, du kannst vorne Bescheid sagen an meinen Freunde bekommen, essen, tinken umsonst. Nein, nicht vergessen. Okay. Nicht du. Das klingt gut. Nicht du. Dann sag ich denen allen Bescheid jetzt. Hey, nein. Ich kenn dich doch gar nicht. Warum hast du eigentlich keinen Security, wenn du so ein super dupe Star bist? Warte, ich leg mal kurz auf. Ja, das Burtschfier. Ähm, ich bin super sicher, weil ich geh zum Yankee Park. Was heißt das? Wir sind die krassesten hier. Bitte gehen durch. Das verstehe ich nicht. Ähm, wir sind verrückt. Verrückt. Ja. Du bist verrückt? Mhm. Wir pushen von rechts. Ich auch. Oh, cool. Hast du keine Angst, dass dich jemand entfühlt? Ich hab keine Angst. Jemand, dessen Frau zum Beispiel wahnsinnig super Stalky drauf ist? Keine Angst, dass jemand eine Waffe zieht und dich einfach mitnimmt? Ich hab nie Angst. Mh, mh, mh. Ich hab nie Angst. Ich bin angstlos. Weißt du, mir ist noch nie wirklich was passiert, um mir sicher zu sein. Guck, ich hab nämlich auch im Notfall einen Shark Ring. Hast du einfach aus dem Bus den Nothammer geklaut? Hm, nein. Und ich hab auch eine Pistole. Ja. Ja. Nuri, Hilfe. Nein, ich tu dir nix. Die hat eine Pistole, sagt die. Das ist doch geil. Die will mich mördern. Die muss ich haben. Ich lebe auf gefährlichem Fuß manchmal. Und was macht dich so krass und dein doofer Park? Hm, wir hatten schon ganz viel Ärger hier und da und die Leute haben nie irgendwie, die sind nie hergekommen zum Rennen, weil die Angst hatten. Aber mein Freund, der Herr Jui, sieht krass als ihr. Der Jui ist unser Freund. Der ist aber auch mein Freund. Ich wohne bei dem. Aber mein Freund. Du wohnst bei dem? Zu mieten, seine Wille. Oh, cool. Wo denn? Das sag ich dir nicht, sonst... Oh doch, kannst du kommen... Oh, mein Telefon. Kannst du Twinkie besuchen, komm. Jetzt? Hallo, Opa Renni. Ich bin gerade mit einem Superstar. Nee, mit einem Superstar. Mit dem OG Toasty. Herrlich? Wo bist du denn? Beim Burger Line. Wir machen mit in den Krieg. Oh, okay, ich bin ja jetzt auf dem Weg. Ich hab mich nur schnell umgezogen. Und da komm ich auch zum Burger Line. Bei Kodis, ne? Ja, ich bin hier. Okay, bis gleich. Bye, bye. Bist du schon aufgeregt? Ich bin ziemlich aufgeregt, ja. Du wirst das rocken, Mann. Hm, ich hoffe. Was ist denn das für ein Kaspar-Clown? Wie? Das ist mein Mannagal. Ist das wirklich ihr Mannagal? Das hat nämlich gestern um erzählt. Ja, das ist mein neuer Mannagal. Ja, so sieht's aus. Apropos der Kodi, möchte gerne, dass wir einen Song für Kodis machen. Das kriegen wir hin, ja. Oh. Ja. Kick mal ein Freestyle. Studio ist bei uns in Kaidashank. Ich kick jetzt kein Freestyle. Ja, du bist so ein Studio, Rippo, ne? Nein, das ist ne Lüge. Du bist aber ein schlechter Mannagal. Deine Künstlerin hat gar kein Security. Ich brauch kein Security. Ich schreit aus der Security. Du. Okay, Jan, ich bin gefährlich, Aho. Ja, guck mal, wie gefährlich wir sind. Soll irgendwer frech sein hier, dann zieh ich mir ne Badehose und Flip-Flops an, dann geht's los, Junge. Das versteh ich nicht. Das ist der Style von uns. Ja, halt. Du, 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 eine von euch. Jeden Tag muss ich das hören. Das ist der Style von uns. Oh, geht's nicht bald los? Elf Uhr, oder? Ist gleich soweit. Ja. Wir sollten schon mal langsam rein, ne? Einen Moment bitte, okay? Bauchhörner. Schubdubidubub, eine verloren. Habt ihr eigentlich schon Soundchat gemacht? Was ist denn jetzt los? Ja. Ja, hab ich schon. Wir sind doch keine Amateure. Mannagal, du musst mal aufpassen. Die ist nämlich auf Drogen. Einatmen. Erzählt ja gerade. Du hast in der Gasse beim Küken-Penten-Penten-Penten-Penten-Penten-Penten-Penten-Penten-Penten-Penten-Penten-Penten. Nein, das Payback, das haben wir so mit dem Herrn Cody abgemacht. Oh. Ich muss mich übrigens eben umziehen. Oh, oh. Ich würde nicht aufs Klo gehen, weil da war ich gerade. Hä? Oh, oh. So spät. Jetzt atme die AA aus. Na, super. Berlin, was geht? Seid ihr gut drauf? Hi. Da bin ich hier, Alter. Boah, ich glaube, alle müde. Ich bin so nervös. Wer ist denn da vor? Kommt der Iron Mike Tyson heute? Mike Tyson? Ja, kommt der Iron Mike. Hi. Der da vorne? Ja, wer kämpft denn heute? Kennt man die? Ich weiß das nicht. Ich kenne die Kämpfer nicht. Aber die sehen aus wie welche. Oh, das war eine Mietzekotze. Ich habe die gehört. Ja, da in der Tonne ist immer eine. Wer ist denn der Tonne? Eine Katze. Eine Mietzekotze. Eine böse Mietzekatze. Bye. Bye. Bye, bye. Nee, ist der Opa Würdi. Wie fährt der denn? Opa Würdi. Ja? Hi. Hi, pass auf. Ich habe ein Foto gemacht. Ja? Mit Unterschrift und habe sogar eine Fan-Karte bekommen für Twinkie. Ehrlich? Ja. Boah, da wird die sich freuen, oder? Ja, und dem Vogel hat es auch unterschrieben. Okay. Guck, den habe ich hier bei. Pieps mal. Ich glaube, der ist tot. Oh. Piepsen! Ah, nee doch. Ah. Hast du das gehört? Ja. Und du bist heute Ansagemacher hier? Ja, ich hoffe, ich kriege das hin. Weißt du denn, ob der Album Mike Tyson kommt? Hä? Aber der Sugar Daddy Peanut-Küttelk habe ich gehört. Was ist mit mir? Ja, du kommst heute. Du machst alle platt. Ich kann nicht kämpfen. Ja, klar. Nein, ich bin nicht gut im Kampf. Ja, natürlich. Nein. Ich habe mich noch nie geprügelt. Ehrlich? Schnell. Nein. Ja. Aber ich habe gestern geschossen, aber du warst da dabei. Ja. Warte mal. Ja, Jiggy. Hallo? Ich bin da. Ich stehe vor Codys. Soll ich rüberkommen? Ja, ich komme rüber. Ich stelle mich gleich schon mit dem Schlang an. Bis gleich. Tschö. So, ich muss mal da rüber. Okay, bitte besinnst du. Gott, ich bin schon ganz aufgeregt. Ach, du schaust das vor. Meinst du, ich kann das? Klar. Ich habe mir dann überlegt, so etwas zu... Let's get ready to rumble. Das klingt doch super. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, die Leute mögen das. Let's get ready to rumble. Siehst du, bei mir klingt es voll scheiße. Ja, okay. Kommst du mit, ne? Ja, ich stehe mich schon mal dahin. Ich will der erste zu sein. Ui, hallo. Hi. Ja, danke. Ha, ha. Liegt bestimmt an dem Anzug. Warum? Der sieht so viel schnick aus. Ja, aber normalerweise, wenn ich kurze Sachen anhab, sieht man meine Muskeln besser. Clash. Boah, was haben die denn an? Zum Glück bin ich heute ohne Twinkie. Boah. Pst, pst, pst. Abend. Oh, la, la. Hallo. Sind das Oberteile oder sind das Bandanas? Das sind Oberteile. Ja? Weil deine Freundin läuft, glaube ich, weiter. Ist dir nicht kalt? Ja, wir müssen noch was zu essen kaufen. Ja, mach da. Weil wir nicht verhungern, weißt du? Ja. Ist dir nicht kalt? Nee. Wenn dir kalt wird, sag mir Bescheid. Mach ich. Ach, doch. Ich kann flirten, das kann ich. Ich hab's nicht verlernt. Äh, Lotto Alea möchte mit dir reden. Lotto Alea? Mit mir. Die sind drin, genau. Ja, ja, ja. Oh, ich hab ne... Hey, du! Hey, da wer? Ich hab meine Verteidigungspistole dabei. Die darf ich nicht mit reinnehmen. Die darfst du nicht mit reinnehmen. Ah, toll. Ich tu mein Auto. Warte, ich muss meine Sachen auch ins Auto tun. Dann schnell. Du, 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 du. Ein Fluch. Oh, das Auto haben wir ja gestern versucht aufzuknacken. Das hat dieses komische Röschel gemacht. Jetzt kommen die ganzen Gegens. Na hör mal! Na hör mal, Ruhe jetzt! Selber Ruhe. Hey, was seid ihr? Das ist Ruhe. Ja, wir hatten noch... Was willst du? Was willst du? Boah, muss ich schon wieder einen bekauen? Komm her, 1 gegen 1. Was willst du? Was willst du? Sei nicht so frech. Du bist frech. Sei nicht so. Du kannst froh sein, dass ich meine Waffe jetzt wegpack. Welche Waffe? Meine. Willst du ein Brett? Pass auf, meine Kinder. Jungs, beruhigt euch bitte. Wir wollen doch alle gar nicht spielen. Achtung, ich flick. Ja. Wir wollen doch alle gar nicht spielen. Du Arsch. Du Arsch. Und wenn du dich da genommen. Bigi? Bigi? Hallo? Bigi Huckulu? Bigi sieht einfach immer so aus. Jetzt hat er den Durchblick. Ja. Der sieht immer nachdenklich aus. Ja, ich glaube, der muss gerade mal nochmal über sein Leben nachdenken. Ja, der denkt gerade über den nächsten Business-Move noch. Siehst du? Ja. Bin gespannt, wer heute sich geklopft. Hoffentlich ist Mike Tyson. Ja, da wäre voll cool. Voll die Prügelein. Ja. Muss man voll andere jahre machen. Aua. Wir haben heute noch spontan Tee geprüft. Weißt du, was das hier ist? Nee, was ist das? Jui Tempo, weiß ich nicht. Das hört sich an wie der Tampon-Marke. Nee, das habe ich beim Sushi-Laden gekauft. Ich wollte eigentlich Muri. Okay, nee, sagt mir nichts, kann ich nicht. Bin so nervös. Ich gucke heute zum ersten Mal live bei sowas mit dabei. Ja, wir ja auch. Obwohl, Bigi hat sich ja schon mal in einem Ring gebügelt mit einem Freund. Und hoffentlich stirbt jemand. Ich will Blut, Sehnen und Knochen brechen. Ah, das wäre lustig, wenn jemand stirbt. Ja. Hoffentlich ist er hoffentlich nicht so langweilig, dass sie alle nach zwei Minuten am Boden liegen. Das wäre ja voll du. Nee, die halten noch ordentlich was aus, die Superkämpfer. Ja, hoffentlich. Aber hätte Bigi mitgemacht, hätten sie ihr alle verloren. Und er dann einfach mit seinem Speckbräuchler ein bisschen die Leute weggeräumt und dann wäre alles gut. Aber ich kann nicht gut kämpfen. Ja, da Bigi auch nicht. Bin immer wieder dran. Und ich schon gar nicht. Nee, wir kämpfen nicht, wir sind Zuschauer. Ja, eben. Ihr seid dann die Anfeuerrate, die Cheerleaders. Genau. Ich gehe schon mal zur Tür. Ja, mach das. Bis gleich. Ja, bis gleich, Pina. Tschüss, Sarkowski. Tschüss, Sarkowski. Alter, ich finde Bigi voll cool, Alter. Vor allem schiebt er seinen komplett eigenen Film. Boah, ich kann das nicht sehen. Bin halt leider nicht gut im Kämpfen. Boah, ich glaube, die Maschine hole ich mir. Ich glaube, die steht. Die steht in Pina. Oder, Chad? Meint ihr, sie besteht mir? So eine schöne Harley, wenn es überhaupt eine Harley ist. Boah, so ein dickes Ding. Ich habe heute Döner gegessen. Und der war verdammt gut. Ich kaufe das einfach ohne Twinkie-Zustimmung. Ich kriege zwei Ärger, aber es ist mir egal. Ich weiß, dass das eine Nightblade ist. Ich habe Döner gegessen, aber es ist gut. Oh, die Security hat ja doch schon die Häuser gekauft. Genau, Oma. Ich habe es gemeint zu mir. Das bin nur ich, Jung. Das ist ein Eingeborener hier. Darf man schön rein? Hallo? Boah, ich habe keine Ahnung, warum die Dinger nicht kommen. Aber FCK, danke schön für die We-Sage. Kina hat mein Bestes. Wie geht's? Im 23. Monat, danke schön. Gut. Ich bin erst in der Schlange. Ja, wunderbar. Das kenne ich dir. Seid ihr Security? Ja. Fragen Sie nur, wann darf man rein? Ich habe meine Waffe weggetan. Ja, das ist doch wunderbar. Muss ich aber noch ein bisschen gedulden. Wir haben noch zehn Minuten. Danach fahren wir mit der Kontrolle an. Okay, ich versuche, so lange Autos hier zu knacken. Hello. Solange du meine Karre nicht anfasst, ist alles gut. Was geht ab, Alter? Alter, was geht ab, Mann? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht, geht? Was geht, geht? Geht. Geht, geht, geht. Nein, Bagira, nein! Böse Miete kostet. Hi. Was geht's los? Ich versuche, hier gerade Autos zu knacken. Kannst du. Nicht, Bagira. Was für ein... Wer kauft so ein hässliches Auto? Boah, Katze. Nein. Komm her. Jetzt bleib da. Bagira. Ich warne dich. Du bist echt eine böse Miete. Oh mein Gott. Lass es sein. Komm. Geh aufs Bett. Ich hab dir eine Höhle gebaut. Bin rum. Oh mein Gott. Ich will nochmal Laik geben. Ich hab das gesehen. Moses. Ich bin auch Zeige. Ah, Digga, wir können schnell ins Krankenhaus, Alter. Zeug dich schnell ins Krankenhaus bringen. Ja, auf Moped kann ich knicken, Junge. Ja, dann komm mit. Ich fahr dein Moped, kein Problem. Ja, das kannst du auch nicht mehr fahren, Junge. Ich hab genau gesehen, wie der dich eingefallen hat. Ja, Stream Elements. Das sagst du mir echt früh, Bruder. Knallt in der Verweckung. Nee, die Oma ist so böse. Ich seh aus wie Peanut. Ich brauch schon wieder ein neues Auto. Ähm. Oh. Jetzt kommt mein Heck. Ich dachte, ich bote mich rein. Ich bin ein neues Auto. Ich bin ein neues Auto. Ich hab mich reuert. Ich bin ein neues Auto. Ich bin ein neues Auto. Ja, ich bin ein neues Auto. Ich versuche mich rein. immer smoke immer das mein ziel euch und mich zu unterhalten und ich genieße doch ich laufe gerade einfach nur so rum es geht nichts ab ob ich genieße das so ist weiß nicht die ruhe vor dem sturm ich bin auf das event gleich gespannt ich mega bock drauf mir anzugucken was die da gemacht haben vor allem kohle und die und so ich mag das könnte ich auch kommen meine leute ich habe gute kämpfe begeben man auf klo ja ich glaube der muss mal groß ich war gerade auch groß wenn man bis da wurde kein motorradfahrer angefangen der musste sofort ins krankenhaus da lag auch ein bisschen gehirn auf straße ich glaube das tot das ist nicht so lecker wenn da hier noch auf der straße dafür versorgt oh mein gott oh mein gott der ist tot der ist sowas von tot der typ scheiße oh mein gott er hat mir einfach gekriegt der ist tot ach du scheiße der muss tot sein der war wieder so ein flugwagen fahrer ja wahrscheinlich was ist denn mit dem glaubt er hat zu viel am kleber geschnüffelt ja wahrscheinlich war das der rosa kleber von oben oder so was war das gerade alter das ist das finde der lenkige flitzer trauen oh mein gott oh mein gott oh mein gott der ist tot gefahren das oh mein gott hey oh mein gott also peter also peter geht's dir gut schiff du hast meinen chef umgebracht ey das wollte ich nicht oh mein gott seine füße guck alles kaputt oh scheiße hallo ruf mich mein krankenwagen ja ich versuche es doch schon peter stirbt ist besetzt der sabbat schon wach auf hase peter ich brauch geld wach auf los early komm halt durch das ist nicht lustig oh jetzt geht's komm schon wo sind wir hier ich küsse deinen bauten aber vielleicht tut es ihnen gut hier wurde jemand überfahren 4032 hans peter der name warum macht die polizei nichts hier wurde jemanden überfahren hier wurde jemand überfahren bei der 4032 und sein name ist hans peter und sie kommt schnell zu kodis hans peter wurde angefangen ich krieg wohin was ist passiert hans peter wurde angefangen hans peter oh mein gott ich habe hier umgefahren hier wurde eine person gefahren bitte helfen sie medical unit wir brauchen Hilfe kommen sie bitte rüber schnell atmet ja noch nein da geht dem nicht er atmet nicht gar nichts hallo ich komme schon in pinseln wo bist du ich weiß nicht ähm hast du ein gebüsch gepellt gerüchte gerüchte wo bist du ich komm ähm äh kann ich nicht da wo wir geklaut haben bin ich gleich oh mein gott wo haben wir geklaut ah ich weiß nicht bei der nähe von die grove also gleich bin ich da hans peter wurde überfallen angefangen von wem von zum raudi und die eine steht daneben seine freundin lacht einfach nur ich hätte auch gelacht und dann hätte ich geholfen wo bist du weißt du wo meine schuhe sind nie okay bist du in der tankstelle ein Stück weiter wenn du Richtung da wo was ist das hier die maize bank ist ja da 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 komm zum glück habe ich dein ticket noch statt du lässt mich heute im stich nein niemals warum hast du kein schuhe an ein pinsel ein pinsel trifft dann ein wenn er es verabsichtigt da ist die hölle los davon heute ist doch der boxkampf ja ich weiß ich weiß oh mein gott oh mein gott bitte nicht bitte nicht ach komm bitte nicht wenn ich jetzt kamen es war zum glück fuck you fuck you fuck you oh mein gott oh ach du schau mal guck mal erst wurde da rechts Motorradfahrer angefahren ach du scheiße die ist echt dann ist der links der typ von Tal mit dem angenein Auto zusammengeklatscht dann ist Hase Peter durch straßenlaufen und wurde brutal angefahren okay die sind verrückt heute ein Gegner weniger im Boxfight und ich habe von OG Toast die Autogramm bekommen hast du die getroffen ja der hat mich sogar am Arm genommen und hat gesagt ich rieche gut aber ich gepupst habe ich bin froh dass du noch da bist ja ich auch ja du bist denn klar mal ich schlag irgendwie neben der Brücke hast du da gebrannt ja du warst doch gestern ziemlich müde ich habe deinen Auto in eine Werkstatt hingestellt danke sehr nett irgendwie nachher ja dann kann ich direkt wieder neben der Brücke liegen und wir haben ein Fotoshooting heute gemacht beim Taxi du bist nicht auf den Bildern drauf oh Gott sei Dank ich habe eine Schau gestohlen was ist mit Huckelu? Huckelu? Schau gestohlen was zur Hölle ist sie muss ja richtig ja der hat dem Hase Peter geholfen oh mein Gott hier geht nichts ich kann meinen Arme jetzt mein Arme so schwer gefühlt auch gut ach du Scheiße oder ich habe 40 FPS hier alter oh mein Gott ganze Bumme ist da da bin ich nicht im Landschuh hängen lassen der Bischof ist auch da dein Auto guck mal der hat einen Umfall gebaut hier der Weiße Chef Chef wie geht's dir? der ist nicht ansprechbar oh oh ja Hans Peter ist nicht ansprechbar Scheiße er hat eine Sponsor an der Selbsterektion er ist nicht ansprechbar Selbsterektion Erektion ja ich weiß nicht wie das Wort heißt Erektion in Karnaton Hallo Pinsel Hallo ja dann warte ich hier im Auto bis gleich war das der Hansel Peter am Boden? ja der wurde angefangen oje hier hat mir der eine mit dem Irokesenhaar schnell gerade gesorgt ja der wurde pass auf wir haben den anderen weggepettet oh es geht da ab jetzt wo ist der Mannschaft? hä? Gambo Arme Hafe Peter wo ist denn Biggie? äh da steht da vorne äh da steht da vorne ja ich bin ja ich bin gute Besserung Hans Peter so mal Hansi da kommen sie dann im CMS und sagen das dann vor uns Lisa Pharma mit er braucht ganz viel Liebe und streichelchen ja dann gehen wir mal ruhig weiter Kriss ihm im Nacken und sagt er wie gut ganz so einschränkt ich bin ich sehr gut hoppala ich fand nicht nett versuch mal Kampelser wird schon überleben so kann aber dann hey Lilikum Leikum Leikum Lili ja oh danke ich kann meinen Arm nicht bewegen oh das ist eine Katastrophe hier Junge wow der Box halt wird super Miggi Miggi hey Ronny gib mir mal den Teddybär zurück ich warte den haben sie geben danke und warum machst du das Pinsel ähm ich hab den pein gelassen ja hm ähm das war nicht nett von dir Pinsel das war nicht nett von dir Pinsel ähm und und Krati dankeschön für du es am 10. im Tag und Pendier dank für du es am 32 leck mir mal wie schnell rennst du ich bin ja wie geht deine Frau nicht wir haben auf dich gewartet du hast Hase Peter wurde angefahren. Wie dann? Peter wurde angefahren? Ja, jetzt wird Klo was, wird Hase Peter angefahren. Ach du Scheiße, jetzt ist meine Frau... Und dann ist das weiße Auto vorne mit dem angenommenen Auto vorne Frontal zusammengecrasht. Heute geht hier die Luzi ab. Heute wird noch geberbert. Ach du Scheiße. Ja, jetzt ist meine Frau kurz auf Toilette. Ähm, was zum Teufel passiert da vorne? Was sehen meine entzückenden Augen Kinder? Ich weiß nicht was du... Oh, Hogwarts! Ich glaube das war eine Einbildung. Komm, wir gehen besser rein. Ja, ich warte noch. Okay, Pinsel, komm besser rein. Ich schließe dich nicht auf. Ach du Scheiße. Warte mal, hast du so eine Knarre bei? Ja, ja. Oh mein Gott, Pinsel! Warum? Ja, die musst du wegtun. Du kannst zu meinem Auto rennen. Ich lauf jetzt nicht nochmal. Nimm Schlüssel, rennst du mein Auto im Koffer rumfüllen. Ja. Ich warte hier. Irgendein Typ. Was? 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 Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, was? Also, ich habe euch dann... Danke für Bäume im Siebten. Was? Was ist mit dem, Alter? Ja, Pöpper, das kriegen die niemals in den Kopf. Der Zug ist abgefahren. Ich habe ein Auge auf dich. Ja, wie bist du? Du. Ich bin der Managa. Wie oft willst du dich noch umziehen, du Knallkopf, du? Ja, wie? Ich muss mich doch schick anziehen hier. Ach so. Warte, ich mache erstmal meine Brille hier hoch, wenn ich mit dir rede. Mein Chef wurde angefahren. Wie dein Chef wurde angefahren? Ja, gerade. Magst du den Chef? Ja. Okay, dann ist das nicht cool. Was? Wie war... Hey, Peanut. Was war das? Hallo, du bist ein Mörder. Mein Großer? Du bist ein Mörder. Hast du dich wieder beruhigt? Du wolltest mich mördern. Peanut, da hätte ich wohl das doch aufgeklärt, oder? Ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe nur dafür gesorgt, dass dir nichts passiert. Hallo, will mich töten. Und? Warum? Wer will dich denn töten? Irgendeine Gegend. Ja. Gut, stimmt. Nur weil ich deinen Chef abgeknallt habe. Das ist ungünstig. Komm, wir gehen in den Boxkampf gucken. Ja, genau. Ich habe den lieb, Peanut. Echt, ciao, Büchse. Hey, Ronny. Hallo, Ronny. Ja, hallo, hallo. Machst du mir nicht... Persönlich hallo, Ronny. Ich bin enttäuscht. Ha, der Pins ist doch da. Was ist denn da los? Der Büchse sagt doch hallo. Normalerweise sagt er hallo, Büchse. Dann sagt er einfach nur noch hallo. Das ist enttäuschend ein bisschen. Ich kriege auch ne 20%. Stimmt. Aber wir kriegen 25 beim Hase Peter. Aha. Dann gehen wir jetzt nur noch dorthin. Ich jag dich gleich mit meiner Waschmaschine. Pass mal auf. Hast du gesehen, dass Schachbrett redet? Wir können auch tauschen, Jenny. Wir müssen uns ja anstempeln. Wieso, mit dem Ticket? Komm. Nein. Wir haben normales Ticket nur. Wut? Mann, halt die Klappe. Da ist so ein Fighten da drinne so. Für Sumo. Nina, bist du auch ein Kämpfer? Ja. Ich kämpfe jeden Tag gegen meinen Tod. Mein Herz macht bald nicht mehr mit. Oh nein. Oh nein. Ich lieb einfach Pudding, ich kann da nichts ihm tun. Ich glaube, Pudding liebt dich. Du Assi. Boy. Was waren das für die Oma? Du Kutsch. Bix, hast du gerufen? Ja. Ich hab gesagt, du Assi. Danke. Pass auf, Püxel. Gestern hab ich mich für links gepuscht. Das ist die Menge im Black. Hä? Warum dürfen die Assis sich vordrängeln da vorne? Also die, die vorgedrängt haben, die ich gesehen habe, mussten zurück? Ja. Biss ja offen. Ja. Ich musste zurück. Lass hier meinen Anglermuskeln spielen, du. Ja. Alles klar. Ich darf nicht pinseln, du musst mich hauen, wenn ich so bin. Okay. Dann komm ich jetzt von dir, Jenny. Weißt du was? Ja. Alles klar. Die waren alle wunderschön, als ich an der Schlange vorbei bin. Die wollte gerade sagen. Wunderschön. Hallo. Wie 20 Minuten. Danke für die Gifte an Smoke. Merci. Das Name ist John Cena. Du, 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 du. Boxten wir eigentlich mit? Weißt du, ob Iron Mike Tyson noch kämpft? Nein, du weißt nicht. Hm. Gibt's irgendwelche bekannten Kämpfe heute? Ähm. Kämpfen wir beide mit? Bist du verrückt? Aber wir sind bekannten. Ihr habt gekämpft nur, wenn ihr euch angemeldet habt. Boah, ich will boxen. Ich hab mich angemeldet. Ja, dann bist du wahrscheinlich nicht dabei. Da hast du wegfahren. Ich hab nicht mein Ticket gekauft. Wir brauchen noch zwei für zwei Lolo. Weiß? Doch, ich hab Ticket. Keine Sorge. Hey, warum drängst du dich vor? Oh, Gründe. Komm mal mit, Schatz. Okay. Okay. Wir sind solche Wichser. Ronny. Nur Drex, ne? Du musst sie trotzdem noch anstellen. Die hat gesagt, wir sollen mit. Die hat gesagt, wir sollen mit. Die sind für den Gap dabei, das ist in Ordnung. Wir müssen trotzdem alle durchsucht werden. Sorry, Telefon. Guten Abend. Ich mach wieder zurückpinseln. Die meinte gar nicht uns. Alles gut, geh vor mich. Das ist aus wie ein Huber. Schlange. Ich seh genauso aus wie hier aus dem Buch. Da war ich. Äh, hallo? Ja, hallo. Hi. War ich zuerst hier? Nee, nee, nee. Äh, doch, doch, doch. Nein. Ich weiß schon nicht. Was? Nein, der war wirklich vorhin da. Geh weg. Alter Mann. Was, alter Mann? Willst du mich verraschen? Steh ich da hin? Wisch im Veit im Ring? Hey, wir beruhigen uns jetzt hier. Keine Ärger machen. Was ist da wohl hier? Was ist da wohl hier? Was ist Leute hier? Danke, Boxer. Pinser, du musst Respekt haben für dein Limmel. Hab die Limm! Wieso? So lange leben die nicht mehr. Trotzdem. Guck mal, der ist schon hart am Limmel, siehst du das? Ja. Pinser, du kriegst gleich eine gedonnert von dem. Ich seh das schon. Mein Schuh auch gleich hart am Limmel in deine Popo, ja? Siehst du? das habe ich jetzt nicht verstanden, Sir. Gibt's hier ein Problem? Ja! Ja, gibt ein Problem. Dieser Mann hier hat vorgedrängt. Hänsel auf! Jetzt kommst du nicht rein! Hör auf! Ich habe nichts gemacht. Willst du denn was? Die Fernsehung geht erst los, wenn alle drin sind. Ronny... Chef Cody, nein, nein, wir waren kurz an der Tür und dann sind wir wieder eine Schlange hinten und der Mann kam und hat dann gedacht, wir haben vorgedrängt. Aber haben wir uns jetzt weiter. Wow, du bist wunderschön, Cody. Ja, ich weiß... Cody? Was geht ab? Was geht? Ich freue mich über deinen Ausweis. Boah, ich erkenne hier niemanden. Ja, bitte schön. Pilats, Schmolz. Schmolz? Schmolz. Ah, bei wem hast du dein Ticket gekauft? Mhhh, boah... Der mit dem Lilo beteil. Der kauft aber keine Tickets. Ja, aber der hat das geklärt. Fragt Chef Cody. Aber wirklich, die muss man vorher kaufen. Ah, ja, warte, ich klär das. Scheiße, wo bekomm ich jetzt Ticket der? Ah, ha, ha. Wo wird der Glo hat, ne? Ja, ich weiß es. Peanut und Pinsel, Peanut und Pinsel. Okay. Ich hab sogar gestern mit dem Chip cool telefoniert. Ja. Lässt sich ja... Ihr könnt euch mal kurz um die Seite stellen, ich klär das solange. Ähm... Ja, aber nicht, darf ich gleich wieder sagen, wir drängen vor. Nein, nein. Ronny! Ja, wir können ja schon mal durchsucht werden, weil ich jetzt nicht kein Quatsch... Ähm... Er hat doch gesagt, wir sollen schon rein. Er hat doch gesagt, wir sollen schon rein. Pinsel. Äh... Peanut und Pinsel? Ja, ja. Die stehen auf der Liste, die beiden. Äh, anscheinlich nicht. Ne, tatsächlich nicht. Ja, dann ist da vielleicht ein Fehler in der Liste, aber die beiden stehen drauf. Alright. Ja, ne, deswegen gleich. Alles easy. Ja, perfekt. Ne, können rein. Ich will von der Frau durchsucht werden dir schönere Hände. Ich will von Cody durchsucht werden. Ich will von Cody durchsucht werden. Aber nicht kitzeln, ich muss sonst pupsen. Bitte nicht. Oh, nicht kitzeln, nicht da! Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Beherrsch dich! Sei ein Mann! Oh Mann! Oh... Ah, du bist weg! Ah, du bist weg! Ah, du bist einfach weg! Alles zu dir. Komplett ausverkauft, Dave. Scheiße. Scheiße. Okay. Viel Spaß, Junge. Alles okay. Ach komm, stell ich nicht so an. Klar. Äh, die Taschenlampe musst du dir abnehmen. Also die würde ich alle nicht reinlassen, ne? Wie jetzt? Wieso denn? Was ist denn mit dir? Die Nacht. Okay, cool. So, noch. Mann, ich roll nicht rum wegen der Taschenlampe. Ähm. Warte kurz, ich kletze. Wenn die ihr Stress machen wollen, ficken die ganz lagen zusammen. Hallo. Hallo. Oh, 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 oh. La, 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 la. Höch. Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ...... ...... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ......... ...... ...... ............ ............ ............ mich bestimmt treten in da unten pimmel genau nein naja egal was ist eine goldene mitte du superstar ich habe gesagt du solltest deine goldene mitte finden irgendwas zwischen dem was dein v sagt und zwischen dem was dein herz sagt weißt du würde ich alles machen was was köln ist sagt dann würde ich durchdrehen ich verstehe nicht was du jetzt von mir willst ich will dass du dein glück findest dass du glücklich bist ich bin super duper glücklich ach ja das hat sich nicht so angehört doch nachdem ich meine frau das autogramm geben habe wie die mich lieben wie am ersten tag mich nicht mehr verkloppen und verboxen mich nicht mehr beißen und mich hauen wenn ich den nächsten morgens essen mach und starten ja ich glaub ganz fest dran okay gute nacht schau rein bei ich hasse dich die ist cool hey da haben wir was ich gemeinsam der freunde von ihr hasse mich wer ist der erste im auto ja der hasse ich den auch dann verboxen will die mir mit ihm sehen will ich sehen danke der ist krass das ist der bestimmt nicht doch das ist so also was heißt krass der ist aus dem junkie park und junkie park ist gefährlich warum die ist schon unberechenbar was meinst du damit ist doch nur ein park passiert das nicht ja aber das sind die assis ja hier sind überall assiszahlpinsel überall wo du hinguckst die die truppe hast du nicht erlebt und du wirst es boah du bist so lahm ja komm ich mach den besser mit der pustgeschwindigkeit oh komm mittlerweile kann ich skoojoggen ja ja stimmt jetzt sind wir gleich schnell was stimmt denn oh der hat mein laser schwer behalten der sack warum zum toll was mal der koffer rum hey die wollten mir noch was geben der hat jetzt vergessen waschen nimm deinen waff aus die wollten mir ein tuch oder sowas geben aber ich frage einen für den manniger und für den tuch irgendwas wollt ihr mir für twinkie mitgeben hey bist du der manniger ist auf das auto oder oh ja ich glaube der saß ja auch drin ist hier noch jemand und was war das für ein nidro ich fand das super gut ich auch und ich bin froh dass ich den kampf gewonnen habe ich werde ein fitnessprogramm machen für dich dann machen wir verwerten boxen und dann setze ich dich in die kämpfe ein und dann geben wir viel geld weißt du wir können nämlich auch wenn du krass bist können wir nämlich auch betrügen indem alle geld auf dich setzen und dann verlierst du aber genau dann sagen alle okay dann sagen alle die sekundenkleber eine crooks damit du die nicht verlieren geht es schon so eine schlaufe hinten ich weiß das ganz genau ich hab dein auto hier geparkt da okay treffen wir uns gleich oben ja okay bis gleich oder gehst du noch unterwegs ich nein ich geh ins Bett okay lifttube hallo check wie geht's euch ich hab ich hab so einen hunger ne da ich schon bauchschmerzen hab aber supi mir geht's supidupi gut aber ich bin müde und ich hab hunger und Durst ich kann kein Essen machen ich mach mir gleich ne dubbel oh gut bang dankeschön für den Wiesapp im elften monatsstufe 2 vielen lieben dank na klar hier weiß ich noch wer du bist Bosti du bist seit Anfang an hier am Start gewesen das mit Dönen den hab ich heute Mittag gefehlt Bruder ich hab ne heiße so Fritteuse also Schwester Kuscheltag was ich vergesse hier niemanden so schnell genau wie Fouli der ist auch noch hier unterwegs und MC dankeschön für die Wiesappen im achten Monat und Vio Vio dank für den Prime im 23. ich weiß nicht was mit Stream Elements heute ist aber die kommen gleich durch vielen lieben dank siehste da ist Fouli siehste da ist Fouli Master P ist auch schon lange da ich stell was wir im 100 und Doomfox zum Beispiel war einer der ersten Subs ich bin hier kein Auge in der Streamer ich bin hier kein Auge in der Streamer Den Dimi kenn ich auch, ja, du hieß aber damals angelast, aber trotzdem, was mit Dimi. Gut. Okay. Und wann zocken wir jetzt? Weiß ich nicht. Ja. Du musst mal vorstellen. Ich hab sogar Eitoy. Wir würden unseren Puff doch nur aufmachen. Ja. In Second Life. Oder wir machen Training. Boxen. Jetzt? Ich hab Eitoy mit den Kameras. Nein, ich mach gleich einen Fitnessplan für dich. Okay. Ja. Ach, Mensch. Dann gute Nacht, Pimmel. Gute Nacht. Ich schlaf doch zu Hause. Boah. Toll. Deine Wohnung stinkt nach Pups. Wie nach Pimmel. Dann wasch nicht, du Arsch. Gute Nacht. Gute Nacht. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie viele Lurka, ne? Ah, je, je, je. Gangster Rings, da kenne ich auch noch. Der ist von GTA Live, der Typ, der in der Mitte stand vom Kreis und gesagt hat Kifi, Kifi. Ich kenne halt echt viele. Wohl. So, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Schade fürs VOD, weil die ganze Dings gemutet wurde, aber muss ich leider machen. Da lohnt sich Dings. Ähm. Da lohnt sich, äh, live zu schauen mehr. Wir machen jetzt so ein bisschen Crow, Alter. Mega chillig, vor allem im Sommer. Ach, Johnny Black, kein Problem. Ich hab hier lieber 100, äh, liebe, nette Leute anstatt 10.000 Leute, die hier nur rumspannen und Scheiße bauen. Ist da. Ist richtig. Ah. So, ich hoffe, hat Spaß gemacht. Dich hat heute viel Spaß. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Heute. Aber mit Curtis, damit ihr Bescheid wisst. 95% Curtis, 5% Peanut. Also, macht schon mal eure Kopfkissen bereit. Für krasses, krasses Kreise-B. Und ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Und vielen lieben Dank für den Support. Danke für alles. Danke für die Subs. Danke für einfach alles. Bleibt gesund. Tschüss. Bye-bye. Gute Nacht. Tschüss. 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 Tclassel lieben Dank. Vielen Dank.